Hallo Freunde, der Spielkultur. Wir fangen jetzt einfach an, auch wenn noch nicht viele im Stream sind und ich den Timer nicht durchlaufen ließ. Wir sind heute bei Shadow Gambit's The Cursed Crew drin, in der Beta-Version, die ich auch schon ein bisschen länger habe, aber nie die Zeit dafür gefunden habe. Und heute ist ein genauso guter Tag wie jeder andere Tag auch in der Woche. Und ich dachte, wir schauen jetzt einfach rein, seit dem 12. darf ich das eigentlich zeigen, jetzt haben wir den 15. ist ja auch okay. Am 19. kommt übrigens als Info auch eine Beta, nicht eine Beta, eine Demo raus, da kann jeder mal in das Spiel reingucken. Man wird wissen, es ist Mimimi Games, ein deutsches Entwicklerstudio, was zuletzt Desperados gemacht hat, Desperados 3 war es, Desperados 2, ich vertue mich bei der Zahl immer, müsste 3 gewesen sein. Und auch davor, das mit den Asiaten, was halt alles in die Richtung von Kommandos geht, also immer sehr viel Planung, um Wachen auszuschalten. Diesmal mit einer eigenen IP, wo sie als Entwickler und als Publisher fungieren, also sie das komplett in Eigenregie machen. Es geht in die Piratenwelt und es geht jetzt auch um Magie und solche Geschichten, weil du bist auf einem verfluchten Schiff unterwegs und hast halt dementsprechend ein bisschen verrücktere Eigenschaften und Fähigkeiten im Vergleich zu Desperados. Und das Spiel davon, das Namen ich immer wieder vergesse. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel, der gesamte erste Akt sollte verfügbar sein in dieser Beta. Im Moment nur mit deutschen Texten und englischer Sprachausgabe, zum Release soll es aber dann sogar deutsche Sprachausgabe geben, also ein deutsches Voice-Over, also eigentlich ganz cool. Und es sind noch so ein paar andere Sachen, es gibt noch kein Upgrade-System für die unterschiedlichen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es halt, wie gesagt, es ist eine Pre-Beater und ich meine natürlich Shadow Tactics, was Lazarus gerade im Chat erwähnt hat. Also sehr erfolgreich Spiele, die auch sehr gut bewertet waren immer, weil immer sehr streng durchgetaktet. Und auch von den Situationen wirkt das immer auf mich so, als wenn man sehr, sehr, sehr genau planen muss. So, wir starten ein neues Spiel. Wachen reagieren bei normaler Geschwindigkeit, Legenden-Modus, Entdecker-Modus, Verfluchter-Modus. Zum Zeigen machen wir jetzt einfach mal Piraten-Modus. Vor allem, weil ich war auch in den vorherigen Spielen nicht sehr gut, weil mir fehlte immer dieses gleichzeitige Ausführen und komplett Pausieren in dem Spiel, was mich, glaube ich, war das. Das machte das halt echt schwierig. Zurzeit gibt es nur englisch gesprochene Sprache, aber Untertitel sind auf Deutsch eingestellt. Mal sehen, wie es jetzt hier ist. Auf jeden Fall das Szenario nennt mich einfach voller Monkey Island, so ein bisschen. Monkey Island gepaart mit Pirates of the Caribbean. Was ja nicht schlecht ist, Piraten geht eigentlich immer. Ich habe einen Degen in meiner Brust. Es fällt doch überhaupt nicht auf, dass mein eine Arm ein Skelett-Arm ist. Und es hat ein Setting in lila. Du kannst jederzeit deinen Missions-Log öffnen, indem du B drückst. Dort siehst du an deinen aktuellen Missions-Ziele. Du kannst außerdem ein Missions-Ziel auswählen, um dir den Ort genauer anzeigen zu lassen. Achso, mit Leertaste geht die Entdeckung, aber müssen wir ja nicht. Das mit Radlicht kann man ausschalten. Aber man muss halten, damit wir damit interagieren. Ja, das Übliche, die Sichtbienien sich anzeigen lassen. Gestrichet ist er, kann man geduckt durchgehen. Und hier wird man sofort entdeckt. Aber wir sind ja noch gar nicht auf der Mission, wir sind ja jetzt noch unterwegs. Wir sehen ja schon ganz viele Sachen, wo du hochkettern kannst an den Seiten. Es wird sich natürlich sehr ähnlich spielen zu Desperados oder zu Shadow Tactics. Aber halt noch mal einen Tick besser. Nein, nicht wieder rein. Es wird sicherlich sein, dass ich nur gefunden habe, bei... ...interestingen Menschen. Jetzt, was kann ich für dich, Signora Manikato? Sie sagen, du kannst alles machen. Es gibt eine bestimmte Ghost-Ziele, die ich möchte mitführen. Ah, die Red Marley-Z. Ich weiß alles über deine Geschichte mit dem Schiff. Dann du auch wissen, dass ich gerne sein soll. Sieg-Ziele, die Sie sehen, ihre Fates collide, ist der ganze Grund für unsere Gespräche. Ich kann dich zu dem Marley, aber ich muss Ihnen informieren, dass sie besser gesehen hat. Sie ist jetzt in der Trappe von einem bestimmten... ...Inquisitor. Also, Ignatia hat sie. Dann gibt es keine Zeit, zu verlieren. Hm, still determined, ich sehe. Ja, excelente. Shall wir shake on it, dann? Eine Frage noch. Was wird deine Preis sein? Oh, keine Angst, Signora. Ich möchte einfach... ...einternatisch sein. Jetzt, wir beginnen. Wenn du in den Bar kommst und dreimal geklatscht wirst, habe ich das anders in Erinnerung. Er muss sagen, die Umgebungen sind nochmal einen Tick schicker. Als in den vergangenen Titeln. Das war klar, jetzt ist das so ein bisschen stärker Comic-Look, was ja einfach durch die Mystical-Welt so ist. Abomination! Apologies, but as you well know, death's not the end here. So, one down, possibly a hundred or more to go. I better find my way to the Mali before Ignatia sets her on fire. Now we're getting somewhere. Huh. According to the stars, this island isn't too far from Angler's grave. Consider it done. Ah, okay. Ist genauso wie vorher, du kannst im Wasser die Gegner komplett wegziehen. Beziehungsweise komplett verschwinden lassen. Etwas hatte ich auf diese Insel gerufen. Ich gehe weiter, um ihre Geheimnisse zu lüften. Mit H kann ich ja vorheben, wo ich mich verstecken kann. M ist nochmal eine Übersichtskarte. Sehr schön. Kann ich mit die Wachen auch sehen. Ich glaube, es hat auch früher immer gefehlt. Es gab keine direkt Übersichtskarte. Guten Abend geben, Gorg. Und das mit der draufsichtige von ganz oben. Weiß ich auch nicht, ob das 100% neu ist. Ich kann mich da nicht erinnern, dass das im letzten Titel drin war. Kameradreh mit Alt. A4 kann Feinde mit ihrem Deutsch töten. Drücke A und benutze die linke Maustaste, um einen Nahkampf-Kill auszuwählen. Ziehle dann mit L-Maus auf den Akolyten. Ein anderer Akolyte. Best take him down quietly. Let's unschackle your soul. One less to worry. Das dauert alles wieder sehr, sehr lange. I'll be there soon. Wenn's Körper verstecken und zwar in Büschen, Häuser und an anderen Orten. Ziehle auf einen Körper und lass L-Maus zum Aufheben gedrückt. Halte beim Tragen ein Körpers. Arrrr. L-Maus gedrückt. Um ihn an der gewünschten Stelle fallen zu lassen. Du kannst auch Leertaste drücken, um den Körper sofort fallen zu lassen. Out of sight, out of mind. Straight to the point. Ich hab die Haltung schon gewechselt. Jetzt kommt, dass man anzeigen kann, wie der Sichtkegel ist. Und ein anderer. Always a pleasure running into the Inquisition. I like it already. Death's not the end, eh? Ah, wieder schön saubere Animationen. Man kann immer sagen, grafisch, äh... Klar, das ist halt so ein gewisser Stil. Die Animationen waren in einem Spiel immer super sauber. Und schön anzusehen. Well, well. So, nachts haben Sichtkegel einen dunklen und einen gestreiften Bereich. Darüber haben wir schon geredet. Gehockt kann man durch den gestreiften Bereich gehen. Am Anfang wirkt das dann immer so einfach. Und nachher kommt dann wieder der ganze Abfuck. Man kann Zeit auch beschleunigen diesmal, okay. Pausieren kann ich wohl noch nicht. Und so wie ich Mimimi Games kenne, wird jede Karte mit zig unterschiedlichen Challenges verfügbar sein. Das heißt, wenn du das schon einmal gespielt hast, immer noch Sinn macht, die nochmal zu spielen, um sich zu verbessern. Äh, A4 kann mit eigenem Skill Blinzen auf Feinde zustimmen. Drücke S oder benutze... Oder benutze linke Maustaste, um ihren Skill Blinzen auszuwählen. Ziele dann mit L-Maus auf eine feindliche Waffe. Das ist, wie der einzige Weg nach vorne ist. Impossible, ich bin froh. Ich kann nicht und ich will nicht. Von hier bis hin. WM-Radius wird auch inzwischen angezeigt. 5,5. Sterbedauer dauert 5 Sekunden. Alles sehr wichtige Informationen, wenn du später timen musst, ob du genug Zeit hast, um jemanden eine Wache zu erledigen. Das besser nicht ein Hauke sein. Ich mag es bereits. Ich will jetzt aber, dass ich da rübergehe, weil da unten ist nämlich noch ein lila, na? Also entweder ist das ein Zeichen, dass ich da lang muss, oder das ist ein weiterer Charakter, den wir entdecken. Hm. Ich habe etwas gemacht. Nein. Ich sehe schon, man kann einen Stein auf den fallen lassen. Nein. Das ist nicht passiert. Ich werde das machen. If somebody looks powerful. Best not leaving the life. There's no distance. That's not in my power. Always move forward. Free. Ok, da kom ich so aber nicht hoch. Blink. Ach, du kannst nicht schwimmen. Was muss sonst? Ja, es wumpt mich jetzt ein bisschen. Ach, pass mal auf. Wahrscheinlich musst du den jetzt einmal versuchen zu töten und das geht gar nicht. Das Tutorial erklärt dir dann, wie du mit dem Stein da vorankommst. Weil es ist ja ein stärkerer Gegner, der wird dich wahrscheinlich zurückschleudern. Ja, siehste. Zeitreise. Zeitreise. Ja, ein anderer Ansatz, der vorher nicht gegen. Lolle Kartoffel. Genauso wollte er es ja machen. Das ist natürlich nicht das neue Monkey Island, weil es hat auch nichts mit Monkey Island zu tun. Aber das neue Monkey Island war auch sehr, sehr gut. Du kannst jetzt halt den Spielstand speichern mit F5. Mach das ruhig öfters. Und das erneute Versuchen sind integrale Bestandteile des Spiels. Ist es auch. So, this is what I felt before. I have captured another memory. If I unleashed, time reset to this moment. That Acolyte on the scaffold is my way up. Consider it done. The Tagnosticar might be able to stop me. But that boulder? Let's get you somewhere else. I'll be there soon. Das hätte ja da auch was, ein bisschen was mit Magie zu tun. Eine eigene Piraten-IP. So. Plopp. Was für ein schrecklicher Unfall. The path is clear. Proceed onward and ascend. I wish to see you face to face. The way up is being watched. Don't worry. I have my own tricks up my sleeve. Time-phrase. See? A nice bit of time tinkering. Very impressive. That's that quick. Now please, push onward. Well, well. Now, I hear Inquisitor Ignacia has trapped a certain pirate ship here. Ignacia, yes. As a matter of fact, she- Ah. What's wrong? Never mind that. Send the ruins. Come to me. Ah. Hello? You still there? Well, well. Better move fast. Aye. Wachenstangen Alarm, wenn sie deine Crewmitglieder entdecken. Einen ausgeschalteten Kameraden finden oder Schüsse hören. Bei Alarm eilen die übrigen Wachen zum roten Marker, um gegen deine Crewmitglieder zu kämpfen. Schaffst du es, dich irgendwo zu verstecken, suchen die Wachen an deiner letzten bekannten Position. Der Timer oben auf dem Bildschirm zeigt die noch verbleibende Zeit an, bis der Alarm aufgehoben wird und die Wachen auf ihre Position zurückkehren. Hier ist es mit der Kugel ganz cool und dass das Safe-Ding direkt hier unter mir ist. Also, wir können es gerade nicht sehen. Aber hier ist halt F5 und F8 direkt angedeutet. Wieder speichern und schnell nachladen. Und was ist das? Kann ich nicht mit interagieren. Also, ich bin mit der Kugel. Oh, da ist jetzt schon eine andere Party hier. Schon mal starker Hauptcharakter. Das Blau ist übrigens das Areal, wo die Wachen den hören könnten. Aber wenn ich schon dabei bin, nehme ich natürlich alle mit. Ach so, weißt du, was die Glocke wohl macht? Lichter ausschalten, oder? Da muss ich wieder Zeit einfrieren. Wobei irgendwie die Tee als Hotkey hier gerade nicht funktioniert. Ja, die werden auch wieder eingeführt haben, dass manche Charaktere die halt über den Boden schleifen und andere Charaktere können die über die Schulter tragen. Also es wird auf jeden Fall nachher wieder einer sein, der ein bisschen mehr Muckis hat und dementsprechend besser Wachen wegschleppen kann. Ganz schön breites Schiff. Und da ist Ignatia, direkt auf den Kuh. Mein Kustodias sind bereit, Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Jetzt sag mir. Was ist die Antwort zu Mordecai's Riedel? Ah, Ignatia. Even in death, the Captain outwits you. Oh? Then why do I hold his message so clearly intended for you? Now speak! Five of Marley's crew assemble. That much is true. But what are the relics? What secret lies hidden beneath your deck? I would rather burn than help you find the treasure. Have it your way, ship! Ach, das Schiff selbst ist die Seele, die mit mir spricht. Your flagship has been prepared, my lady Inquisitor. Good. Begin the right of questioning. I must know what the ship knows. As you command, my lady. Send word among the timeless shores. We must find the relics and solve Mordecai's riddle. His treasure will be ours. And if the shores must burn for it, then it is part of the grand design. I see you are. I keep with me, my little soul. I am. And it seems, I came just in the nick of time, Red Marley. You know my name. Care to tell me yours? All in good time. First, let's set you free. Ich muss sagen, eigentlich von allen Mimimi Games ist das das Setting, was mich am meisten anspricht. Wie hat Ignatia dich verletzt? Sie hat mich überrascht. Sie hat eine gewisse neue Rechte von ihr. Sie hat Erfahrung in subvertert meine Macht. Aber nicht für lange. Ich liebe diese Art. Ihre Macht der Membrühe ist viel zu erklären. Kein Wunder Mordecai und seine Crew wurden legends. Wir haben es gegründet, für das sehr Grunde. Es hat irgendwelche Grenzen? Nur die gesetzt durch die Kapitel. Tanks? Was kommt da? Sie sehen? Ich hoffe nicht. Ich kann keine Erinnerungen mehr als Sie. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Sie gehen immer weiter. Lass dich woanders kommen. Er ist vorher in die gestrichliche Linie reingefallen und die kann den ja nur über den Boden ziehen und dann ist sie trotzdem wieder unsichtbar. Aber auf Schwerhöhe hat das so nicht funktioniert. Ein Spiel wie dieses im Fantasy-Mittealter wäre auch ganz lustig. Bestimmt. Ich werde mich überraschen. Ich werde mich überraschen. Halt! Halt! Best not to get out, yes. To the point! Why must just start with that now? Well, well. Okay, mit euch scheine ich erstmal nichts am Hut zu haben. Ich muss erstmal das Schiff klären. Alles andere ist gerade leer. Die Deutsche sind natürlich noch nicht drin, weil der Releaser noch ein wenig Zeit benötigt. Und die Lokalisierungssachen kommen bei immer relativ zum Schluss. Also deutsche Texte schon drin ist gut. Deutsche Sparausgabe wird natürlich noch besser. Hey Pete, schau! Fresh meat on there. Fresh? Looks rather rotten to me. Ignore them. Head for the Captain's Quarters. A blade in the dark. Sind noch mehr Seelen in dem Schiff gefangen? Ah ne, da wird schon ne Crew sein wahrscheinlich, die ich benutzen kann. Don't let the flame get you. Consider it. Let's get you somewhere else. Irgendwo muss das Schiff hier auch später fahren. Weep. Straight to the point. Hold it right there. I'll be there soon. Heavy. How long are you? No second thoughts, eh? Ein Schiff, was per Gedanken mit dir sprechen kann, kann alleine fahren. Äh, das hat... Das ist übrigens nicht das Speichern. Das ist das Speichern. Das mit der Glocke hat eher mit irgendwas anderem zu tun. Oh, das war zu früh. Hau ab. Ich mag es, auch schon. Ich mag es. Ich mag es, auch schon. Someone ist negativt, ihre Aufgabe. Hallo? Are you here? Always move for. The Maiden waits für niemand, Freund. Und? What's keeping you, eh? Come now. Duty calls. Now we're getting somewhere. Blink. Alles gut. Zur Zeit verzeiht das Spiel noch viel. Bin ich zu 100% sicher, was die Glocke macht. Abzeigen für die Missionen gibt es auch noch nicht. Die sind auch noch nicht implementiert. So, brechen wir das erste Siegel. Ach, das ist übrigens hier falsch. Mit der Taste T. Der ist nämlich auf D gelegt, in Wahrheit. Sehe ich nämlich gerade. Ich habe auch gerade aus Versehen D gedrückt. Ach so, da wäre der Ausgang. Guten Abend, Alucard. Woher ist denn eben? Und? Deshalb habe ich mir eigentlich die Mühe, so viele zu töten. Ich habe noch gar kein Archiv mit dafür, alle zu töten. Woher hat sie sie denn? Also zwei Crewmen sind auf dem Schiff. Ach, du interessierst dich gar nicht so sehr für mich. Der Scheiß, der rauskommt und hat in dem Moment nach links geguckt. Dann geht das auch so. 1, 2, 1. Du siehst aber aus wie jemand, der hier gefangen ist. Meine Güte, ich kann euch helfen. Gut, gut. Gut, gut. Die anderen Kustodien und deine zwei Räumenen, Zuleidi und Toya. Das war's für heute. So, ich glaube, das war der letzte auf dem Schiff. Ach nee, schmeiß den einfach hinter die Tür. Hinter die Tür. Verdammt nochmal. Kann man dem Schiff einfach trauen? Ah. Wir machen einen Vertrag mit dem Schiff. Über unsere Seele. Erst, wir müssen die Türs diskutieren. Really? Jetzt? Du hast Blackeye Mordecai's treasure. Ich will in. Der Kaptein's Horde. Was ist es für dich? Was ist ein treasure für ein Pirat, eh? Adventure. Gold. Eine Chance zu beaten die Inquisition. Ich werde dir finden, dass du Kaptein's Legasier. Und ich will nur drei Schiff von der Plunder. Prepostereus. Half a Schiff. Two und eine Halve. One. Two shares. Hurry now. Ich bete mehr Acolytes sind. Coming. Ach cool, kannst du sehen, wie du vorgegangen bist. Übrigens, wenn ihr den Alarm im Hintergrund hört, dafür kann ich nichts. Danke, Serpio, für deine Stufe 1. Du musst wieder auf der ÖPNV sein. Komm zu mir, wenn du bereit bist, eine Führung und eine Karte. Ein kleiner Todbringer. Sechs von fünfundzwanzig. Seht ihr, es gibt eine Skelett-Crew. Okay, ship. Was ist unser nächstes Mal? Fünfundzwanzig. Meine Karte-Crew sind noch auf Moro's Bridge. Ich werde sie nicht hinterlassen. Ich mag eine Herausforderung. Aber sie waren nicht Apokalites. Wir könnten ein bisschen Back-Up nutzen. Meine Skelett-Crew kann nicht aufhören. Was wir brauchen ist ein anderes Kurs. Sü-Lady und Toya waren auf dem Deck. Schöpfe. 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 You finally returned! Schöpfe. Maar ich bin keine Mordekäe. Es ist Ephéa Manikato, weiterentwicOLL. Schöpfe. Sie immer wussten, wie wir halluc martieren können aus dieser Frau. Ich finde, Sie habe mich gehört. Mein ... Piel. Ja, ich bin Mordekäe. Ich bin für die Black Pearl. Ah, ja, natürlich. Hier geht's. Ich habe es in meine right eye, freshly plackt von der Socke, wenn du will. Das war... interessant. Wie gesagt, es war sehr schrecklich. Ich werde bald sein. Oh mein Gott, da ist schon ein Ausblick auf die Crew. Du hast noch nicht genug Lebenskraft, um das nächste Upgrade freizuschalten. Ah, Weltkarte, wo man dann hinsegeln kann. Ich liebe diese Upgrade. Wie ist mir jetzt die andere Perle? Hey, Pete, look. It's Huracan. The one with the curly toes. Excuse me? I'll ignore it. This forehead isn't quite where it used to be. Now, what's your name? I'm a fear. The Marley sent me for a black pearl. Did she now? Well, I'm sure to tell you that it's gone. Pete, nameless. Hand her the pearl, or I will throw you overboard. As if. We didn't really want it anyway. Take it out of here before we accidentally lose it again. Oh, since now the pearls are ours. I barely have enough energy for one ceremony. So you must choose, who to revive. Well, well. Die Schiffärztin oder Smuta. Ach, wer braucht schon eine Ärztin? Der Smoothie, er bereitet leckeren Soulfood für die Crew zu. Toya versteht sich meisterhaft auf die hohe Kunst des Kampfes und des Kochens. Und er scheut vor keiner Herausforderung zurück. Weder in der Küche noch auf dem Schlachtfeld. Er macht auch ein krasses Oktopus. Capachio. Schattenschritt. Telepidier dich aus jeder Entfernung zurück zu deinem Katashiro. Setz eine Pfeife ein, um die Aufmerksamkeit nahe Feinde auf dich zu lenken. Was kann die Dame? Sie kann eine Deckung wachsen lassen. Die Schiffärztin, sie kümmert sich um das Wohl der Skelett-Crew, der Mali und heilt selbst hartnäckige Seelenwehwehchen. Außerdem ist sie tödlich mit einer Klinge. Die beseelten Pflanzen, die Sulaidi auf ihren Krankenstationen heranzieht, helfen dir dabei, den Geheimnissen des Fluchs auf die Spur zu kommen. Wanderstopp. Dieser faulige Stank wird selbst dem härtesten Soldaten der Inquisition die Sinne verwirren. Die seltsamen Sporen lassen Gegner geradewegs von ihr weggehen. Ach komm, nehmen wir doch die Ärztin. Wie ein kleiner Baumbad ist. Ah, danke für das, Pearl, Frau. Meine Sula ist mit Energie wiederum. So you're Sulaidi, eh? The Sol Botanist. The girl that stole the secrets of Solspire Academy. Ah, yeah. You're talking to the right bush. Or half bush, rather. There's still bits of meat and bone in here. And who are you, eh? Can't recall seeing your face before. A Fia Monecato. I'm the new, well, I think that's still being decided. Figuring it out as you go, eh? You'll fit right in. Welcome back, ship doctor. Hey, Marley. So you spend a spare Pearl on me, huh? Much appreciated. The training deck is ready for you. So you can get used to your new Pearl. Alright, I'll have a chat with a snail and head down there. Bevor du ein neues Crewmitglied zu einer Mission mitnimmst, sollst du mit ihm in den Tiefen der Mali trainieren. Benutze er, also rechte Maustaste bei dem Crewmitglied, um es auszuwählen. Sprich dann mit Estelle, um das Trainingsdeck zu betreten. Moment, wer ist Estelle? Treatment's ready. Ein Affe mit Bart. Hey Estelle, take me down to the Trainingsdeck. I can't spare the energy to grow bananas right now. Fine, soon as the sickbay is in order, I'll plant some seeds. Now let's head down. A Memory Imprint. Ha, I have just the thing. Mit ihrem Deckungssaat kann Zydli praktisch überall Büsche wachsen lassen. Büsche dienen als Deckung, können aber auch genutzt werden, um ausgeschaltete Gegner zu beseitigen. Wenn du einen neuen Busch wachsen lässt, entfernst du damit den alten. Bedeutet das, dass der alte Busch auch verschwindet? Lass ein Busch wachsen, der dir als Deckung dient. Gleich neben Gegnern kannst du keine Büsche wachsen lassen. Das war auch genau das, was da stand. Ja, richtig. Und jetzt? Oh, I like that. Ist doch alles richtig. Ich hab da alles richtig erklärt und gesagt. Ach, die kann Wachen so tragen. Und die hinterlässt keine Spuren, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt keine Frage. Setze Deckungssaat ein, um zur Tarnung Büsche auf dem Boden liegender Feinde wachsen zu lassen. Funktioniert nur bei toten oder gefesselten Feinden. Mhm. Ey, da sind doch Bananen. Können wir den Affen nicht ein paar mitbringen? Nutze Deckungssaat, um in Bereiche einzudringen, die von Wachen kontrolliert werden. Lass einen Busch vor den Ranken wachsen, damit zu Leidy beim Hochklettern nicht zu sehen ist. Die Züge sind die Züge. Die Züge sind die Züge. Das ist die Züge. Das ist die Züge auf mich. Das ist die Züge. Oh, no problem. I gotcha. I'm not doing that, matey. Working on it. Well done, Ship Doctor. I have prepared another training room and a little test should you feel up to it. The stairs will get you topside. So, so eine blitzschnelle Killerin und eine große Unterstützung. Mit ihrer Deckungsart kann sie ein bisschen erwachsen. Sie erweist sich mit ihrem Wanderstaub, kann Sully wachen, von der in Position fort und in einen Hinterhalt locken. Ich glaube, das mit der Deckungsart war doch gerade richtig. So, dann zeig mir das mal mit dem Wanderstaub. Wanderstaub bringt Gegner dazu, sich in gerader Linie zu entfernen. Du kannst diesen Skill zur Ablenkung benutzen oder bei einer Wache in einen Hinterhalt, ähm, Wache zu deinem Vorteil zu positionieren. Oh, this is fascinating. Das ist auch überhaupt nicht auffällig, wenn dann einfach irgend so ein Busch auftaucht. Achso, der läuft dann immer in den Gegensatz zur Richtung vom Staub. So, das funktioniert sogar noch besser, als erwartet. Oh, ich will nur noch ein paar Ideen für die nächste Format. So, wir können das noch ein bisschen weiter halten. Jetzt werden wir schon mal einen, damit der Akolyt fortgeht und zu Leidy unbemerkt angreifen kann. Ja. Ich habe noch keine Geräusche beim Rennen. Mal gucken, wie diese Herausforderung aussieht. Ich meine, dann nehmen wir in der Beta jetzt mal eben alles mit, was geht. So, in diesem Raum erwarte ich eine zusätzliche Herausforderung, weil du alle deine Skills zusammen einsetzen musst, um das Ende zu erleben. Wenn du dich dieser Herausforderung noch nicht gewachsen siehst, schau einfach später noch einmal vorbei. Ja. Oh, das ist faszinierend. Okay, einfach ein Verrückter. Das Recht der Betreuung. Ich habe nur ein wenig gehört. Was ist hier ein Verrückter? Die Verrückterung. Wir nehmen eine Verrückterung, oder? Ich mag das so far. Okay, den kann ich nicht wegschicken, weil es einfach ein besserer ist. Dann machen wir es einfach so. Das war wahrscheinlich nicht so gedacht gewesen, aber es funktioniert auch. Oh, ich mag das. Oh, ich mag das. Was ist das Ding? Ha! Need some cover? Swift shrub, coming down. Like leaves in the wind. Too many leaves here. One left. Up, up we go! Oh, Noah, I must return to my right of patrol. Treatment's ready. Cover seeds. Even the weeds can fly against us. It sends you away. Why don't I move this way? Next page. Oh, no problem. Working on it. Let me return to my post. They grow from the soil. Oh? Just a bush. Coming right open. Just a bush. Wonder dust. I'll take that, thank you. Up, up we go! Ist auch sehr mächtig, finde ich. Von den Fähigkeiten her. Wanna go somewhere else? Three little cuts. Kill the body. Breathe the salt. Klar, jetzt ist das natürlich ganz alleine. Das wird natürlich später richtig voll werden, wieder, die Karten. Ich bin überrascht, dass es bis jetzt noch so einfach ist. Normalerweise sind Mimimi Games wirklich von Anfang an knüppelhart. Auch in den Beta-Previews. Ja, die richtige Person muss mit dem Schiff sprechen. Ja, ich kann nicht mehr Zoll-Energie geben. Wir werden es tun. Zwei Kurs-Pirates sind eine Kraft, die sich mitzunehmen. Ich habe mich gefragt, was meine Position in der Kruhe sollte sein. Das betrifft auf deine Qualität. Äffia Menikato. Measur von deinem Schiff-Kart. Du musst sein Kapitän. Und du bist nicht der Kapitän. Okay. Wie geht es mit dem Navigator? Ich kann mein Weg alleine finden. Warum würde ich ein Navigator brauchen? Ich kann eine Hand leisten. Chart unseren Kurs. Schöne unsere Laufung. Ich habe von der besten gelernt. Interessant. Sehr gut, Navigator. Kommt zur Map-Tabelle in der Kapitänsehaut. Ja, warum sollte ich nicht mein Schwert in der Brust haben? Was sollen wir machen, wenn die Araber keine vernünftigen Schwertscheiden mehr liefern? Hast mal gesehen, wie die Preise explodiert sind. Die Maps sind diesmal kleiner gehalten, haben aber mehrere Missionen darauf. Man wollte die Mission kürzer gestalten, auf 30 bis 60 Minuten, um mal nach Feierabend zu spielen. Danke für die Aufklärung. Wobei man konnte die Maps früher auch in 30 bis 60 Minuten schaffen. Da war es ja dieses Quick-Save-System. Das ist aber die gleiche Insel wie vom Anfang an, wo noch ein Teil der Crew drauf ist. Es hat mich gewundert, dass wir weggefahren sind erst mal mit dem Schiff, weil gesagt wurde, dass ein Teil der Crew ja noch auf der Insel ist. Also ab dem 19.06. eine Demo gelegt, habe ich zum Anfang des Streams auch erwähnt noch. Die Crew will land by boat and rescue the Crew. Their corpses are being put through the right of punishment. Ah, yes. Standard Inquisition hospitality. They can still be revived, but we must save their bodies from the Maiden's fire. Before that, though, we must find ourselves in Exit. We won't return by boat. Unnecessary. All we need is a tear into the below. One of them has appeared near the Crew. A custodian is keeping it sealed. Take him out and I will summon an Exit. Once that is done, we'll discuss further plans. Now, give me a moment to choose your landing. That sounds suspiciously like your navigators job. Ah, very well. Choose our landing. Navigator. Von Beginn der Mission kannst du deinen Ausgangspunkt wählen. Du kannst jeden verfügbaren Landeplatz auf der Übersichtskarte auswählen. Naja, es gibt einen. Aber ist ganz nett. Achso, dafür sind diese... Wie heißt es? Harpunen. Ne. Na doch, es könnte eine riesige Harpune sein. Das ist kein Dreizack. So, dann kannst du entscheiden, wie du mitnehmen willst. I'm with you, matey. Dann sehen wir, was die können. Die kann schwimmen und klettern. Und wir sehen, wie viel Seenenergie wir bekommen würden dadurch. Oder ist das das Level unten? Okay. Und wir sehen, wie viel Seenenergie ist. Das Erinnerung ist aus. Ah, ich verstehe. Das Boot ist weg. Wie ich sagte, du wirst es nicht brauchen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich nicht kann. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich das nicht kann. Oh, ein Dräuner in der Crew, ey? Don't worry, ich werde ein Dräuner in der Crew. Und ich werde das Rope-Latt. Much appreciated. Wir wollen es schlafen, ja? Wir wollen es schlafen. Da vorne ist bestimmt da die Info, wie ich beide gleichzeitig angreifen lasse. Dass ich bei Umschalt tasse, jetzt geht es nämlich hier. Ah, es gibt einen Komplett-Stop. Sehr schön. Endlich kann ich vernünftig planen. Also der Zeit. Das haben wir ja gerade automatisch gemacht. So, mit Umschaltmodus kannst du den Schattenmodus wechseln. Im Schattenmodus ist das Spiel pausiert und kannst pro Crewmitglied eine Aktion planen. Sobald du fertig bist, drücke Eingabe, um sofort alle geplanten Aktionen ausführen zu lassen. Oho, mehr Zeit-Trickery. Aye, es hilft viel, wenn wir unsere Gelegenheiten planen. Tja, wir können das nächste Paar zusammen nehmen. Ah, wir können die nächsten Paar zusammen nehmen. Let's stretch those roots. Ich habe mich aber früher immer das Side-Timing so ein bisschen gestört. Du musstest immer genau den richtigen Abstand haben. Sachen können tagsüber besser sehen, weshalb du dich dann selbst geduckt nicht in einem Sichtkegel verstecken kannst. Allerdings sind manche Objekte wie Büsche oder Zäune hoch genug, damit Sichtkegel dunkle und gestreifte Bereiche haben. Diese Objekte können als Deckung dienen. Ich habe mich überrascht, dass sie nicht in der Lage sind, dass sie nicht in der Lage sind, dass sie nicht in der Lage sind. Wir sind einfach die bessere Killerin. Du kannst Körper einfach ins Wasser schmeißen, aber ins Wasser schmeißen ist lauter, als sie in der Hecke zu verschwinden, also verschwinden zu lassen. Der Sichtkirchenmacher zeigt an, ob eine bestimmte Stelle von Wachen beobachtet wird. Ja, ist auch genauso wie in den vorherigen Teilen. Die Kursets particulars müssen in der Bibel beobachtet werden. Remedies für die Todes. Die Kustodes, die du erwähnt hast. So, er wurde dort gelegt, um die Teare zu entdecken. Die Inquisition versucht, alle Teare zu entdecken. A futile Aufgabe, natürlich. Thanks zu der Kursen von Lost Souls. Ich denke, sie zerstören die Füße zu entdecken. Sie werden in der Erde gegründet werden. Um, die Kursen zu entdecken. Ich werde erstmalig sein. Wenn die Kursen zu entdecken und entdecken, die in der Erde zu verhalten werden muss. Die Kursen zu entdecken. Die Kursen zu entdecken. Ich werde da sein. Inquisitor Ignacia has given us our task, we shall fulfill it with utmost dedication. Three little cuts. Food for the v... Oh, no problem. I'm not doing that, maybe. Let us not fear the cursed. Without black pearls, they are no better than us. Okay, nach vorne kommst du da nicht. We shall continue to punish these accursed pirates. Oh, this is fascinating. You have an eye on the tear, yes? Opportunity of course. I like it already. What do we have here? Nein! 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 Stay still and perish! That lies beyond my reach! Strange. Straight to the point! That lies beyond my reach! Ha! I can smell your rotting flesh! Let's see what I can't reach out. I thought I'd come then noch schnell genug rüber. You are wasting precious time, my reach! We will finish your cartes to the fire! I cannot reach out! I can't reach out! I am an arbiter! I want to show you how it is, if one entdeckt will. Six grams of death, two drops of me shot. My judgment awaits you, Grie. He heißt, chestless peaux! Well done than you have! You look right... You are a mystery! I have the remember that... You have aonie gone whale? Well done. Luck, bad ill man. Well done. I mone good was going after doing! You Christians! ānage Garn SexualMusics is over, here. Well done... CAD PRANT SECRET connecting you were doing! Das ist klar, Rowan. Ich bin der Kürz. Warum muss ein Tear nun entstehen? Der Kustodius ist zumindest aufzuhören. Oh, ich mag das. 3 kleine Kürze. Wenn die Züge verletzt wird der Heilige Feuer, muss sie in eine Heilige Erde geöffnet werden. So, wieder ein Toter, beziehungsweise ein Befreiter. Ja, wir folgen diese Krühe aus der Lost Karribein, um hier zu kommen. Und wie immer, Ignatia ist ein Thorn in unsere Seite. Ist das wahr? Sie ist die Person, die Mordecai's soul verbringte? Aye, sie hat den Kapitän aus uns genommen. Aber sie wird nicht mehr nehmen. Die Schreckung ist für uns, und wir werden es von ihren Händen aus den Händen. Für den Kapitän! Für den Kapitän! Schau mal diese Krühe! Ich würde sagen, das ist ein Accident, wundervend zu passieren. Haha, ich mag die Weise, wie du denkst, Navigator. Gut! Ein einfaches Verkauf. Schau mal unten! Warum pute ein Krühe hier, insofern? Wir müssen nicht die Großartig des Erachtens. Inkommen! Let me see your soul. I'll trim their numbers. Aber ziemlich kleiner Bereich. Kill the body, breathe the soul. Working on it. Have you ever witnessed the custodians die? Soll ich mich mal an der, ähm, Story halten? Meine Crew befreien. Aber wie in den anderen Teilen vorher, du musst wieder viel mit der Kamera reden. Damit du auch wirklich alles siehst. Pirates, burn the cursed wretch! Will I find you between the vines? Pirates, let's see. Oh, this is fascinating. Who is the undead? We will feed your carcasses to the pyre. Calcula rectifica. Measure, calculate, rectify. We will feed your carcasses. Do like this so far. I'll provide me to you, fiend. Let me see your soul. Ich teste mal eben noch ein bisschen was aus. Klar, wenn ihr einmal schießen, kriege ich schon gut an und auch fresse. Bzw. ich habe ja nur eine gewisse Anzahl von Punkten. Aber eigentlich ist das nicht mehr so radikal wie früher. Wie bei Desperados zum Beispiel. Wenn ihr da entdeckt wurst, es wurde ja sofort ein Alarm ausgelöst und mehr Wachen wurden auf den Plan gerufen. Während hier nur die bestehenden halt zu dem Punkt gehen. Vielleicht kommt da später noch was härteres in die Richtung. Nichts. Sie müssen auf den See zurückkommen. Zeit ist auf unserer Seite. 6 Gramm der Todesruhe, 2 Lachen der Mondschweine. Ja, lass mich auf ihn. Ja, cool, sie ist das ja eh abgelenkt. Ja, cool, sie ist das ja eh abgelenkt. Ja, cool, es ist das ja. Ich glaube, es ist jetzt alles cool. Let's get you somewhere else. 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 Okay, wenn ich den schnell genug töte, dann gibt's auch keinen Alarm. Oh, I like that. Sehr schön. Nein, stopp, stopp. So, what? A bunch of people else could be it. Catching light. Coming right up. Let me remind you. Let me just take notes on that one. Let's send you away. Oh, yes. Oh, I like that. Three little cuts. You're fast for a bite. Oh, no problem. Incoming. Let's see what's out there. I like these odds. Remedies for the dead. Too many weeds here. Never look back. Pew, pew, pew. Straight to the point. Ah, I got you. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, es geht wirklich besser von der Hand als die Vorgänger. Weil die Charaktere auch so ein bisschen schnelleres Movement haben, ich bin da noch nicht so 100% sicher. Ich muss nur mal den Vorgänger, äh, das letzte Spiel von Mimimi Games installieren und gucken, warum sich das Spiel jetzt besser anfühlt. Es kann auch wirklich einfach das Szenario sein, was mir einfach mehr Spass macht, automatisch. Ach, da liegt der letzte. Ne, leg den, leg den wieder ab. Oh, no problem. Du nimmst den. Enh, das war das letzte. Good. Verwandt. Now, let's seek the clue that the Captain left behind. I spy the head to the Island's heart. A pair of Kindred are conducting research there. Ich möchte mich nicht beschweren über die Wärme. Es war besser als kalt und ich mich dann wieder darüber beschweren, dass meine Heizungen hier nicht 100% funktionieren. So, darum haben wir ja schon aufgeräumt. Hatte ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Okay. 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 Andrea. Man kann es auch anders machen, aber ich will jetzt nicht zu kompliziert denken. Deshalb schicke ich den einfach aus dem Sichtbereich der anderen raus. Das wird das Einfachste sein. Das ist ein Schraub. Ein Schraub. Oh, ja. Ein schönes Schraub. Nehmen wir etwas mehr. Was haben wir hier? Direkt nach dem Punkt. Ich liebe diese Ops. Sonst irgendwelche Fragen im Chat? Schönen guten Abend Vater im Chat. Dein Schatz ist auf seiner Kühlmatte und schläft. Kannst eigentlich deinen Sohn meilen mit Schatz, kann ja nur der Mops sein. Ah, okay fällt einfach weg. Altar-Klip. Ie-du-duu. Also sie haben es echt geschafft, Fähigkeiten reinzubringen, die man aus den vorigen Teilen einfach nicht kennt. Weil es halt einfach nicht existiert hat. Ich glaube, dass es halt keine Magie sonst was in die Richtung gab. Ich hatte mich bei Desperados so ein bisschen gestört, weil es eigentlich Shadow Tactics immer noch war bei vielen Fähigkeiten. Es ging halt sehr in dieselbe Richtung, was die unterschieden Charaktere konnten. Vor 29 Sekunden gespeichert. Das hört sehr gut an. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss gar nicht über die Brücke gehen. Ja, was bei Desperados nicht eine Lady magiemäßig drauf war. Boah. Ich muss ja sagen, da müsst ihr jetzt wirklich gucken. Ja, ihr konnt halt Voodoo so ein bisschen. Aber dass du sowas wie Deckung wachsen lassen kannst wie hier und sowas, das gab es ja meins der nicht. Hab ich euch beide. Ja. Ich hab ihn nicht verstanden. Ja. Ich hab ihn nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich hab ihn nicht gegründet. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ach, das fühlt sich anders. Meine Repräsentativen werden dort mit dem originalen Text betrachtet und werden alle Begründungen inspektieren. Nur Quackbury, eh? Ich würde sagen, dass wir wissen, wo dein Kapitän die Nachricht ist. Ja, Navigator. Wir müssen dort einmal gehen. Es ist schon lange. Also auch, wenn ich ein bisschen in die Stille rübergegangen bin, es ist toll. Hey, try this fruit. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Soll ich einfach nur über den Fluchtpunkt jetzt fliehen. Ja. Ich dachte, es gäbe noch jemanden zu retten. Hm. Ich bin dein. Ich bin dein. Alles klar. Ganz einfach. Hm. Was ist für mich? Hm? Keine Ahnung. 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 Macht ja nichts. Bewertung kann mir ja egal sein. Und die hatten ja noch genug HP. aber es waren halt die letzten beiden die hier oder doch die letzten beiden sehr schön dass du 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 wir kommen zurück Das war etwas anderes. Du hast es durchgeführt. Sehr gut. Ich bin noch nicht sicher mit einem neuen Crew-Member. Uh-huh. Always move forward. Du hast meine Crew zurückgebracht. Gut gemacht, beide von dir. Ich habe meine Skeletons geholfen, sie zu ihren Quartieren. Wir müssen sie bald wiederholen. Wir brauchen mehr Soul-Energie zu beginnen. Einem Porten-Sauce wäre schön, eh? Einem Curse Trinket oder so. Aye. Vielleicht finden Sie so etwas in New Crockbury. Ich setze ein Kurs auf einmal. Nicht noch, Navigator. Es gibt noch etwas anderes, ich möchte Sie sich anschauen. Five von Marley's Crew assemble. Ignatius sprach diese Worte zu mir. Quote von der Kaptein's Riedel. Sie haben etwas in mich stirred. Sie müssen Sie sprechen mit Estelle. Wer? Die Mungi? Aye. Sie kennt meine Insights besser als ich. Vielleicht wird sie wissen was zu tun. Der, den sie sehen auf. Du, 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 du du, du, du-duh 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 du-duh. Äh, äh! I like this house. I believe we have arrived. Can you hear me, Marley? Aye, but I can barely sense you. I'll be your eyes and ears. Well, well. An empty table and an ominous door. Aye. Immer gut, wenn ein Spiel ganz viele Sequenzen hat, wo ein Echo nötig wird. Und eine Tür hat mit einem Haufen Ketten. Hmm. A chain door. Three bowls on top. And no locks to pick. Five of Marley's crew assembled. Estelle? Can you bring Sulady down here? I'll make it two bananas. Hey, Navigator. I was just fixing up a skelly when Estelle comes and drags me here. Apologies. You might be the key to this door. I'm listening. Five of Marley's crew assemble. I'd say that makes you part of the riddle. Here's the problem. Right? I don't have a clue what to do. Try something. See. No second thoughts, eh? Six grams of dagger? Huh? That's the old contract table. Each of us stabbed our dagger in it when we signed on. Hmm. You wouldn't have that dagger with you. Sure. Why? Let's reenact your signing. I do like this so far. Sure lady. Aye. Here to travel the cursed seas, discover strange new ailments, and unearth the secrets of the soul. I'd say I did that right. Aye. It's clear then. Five chains for five crew. You've smelled blood. Got an act for solving puzzles, eh? There's more to discover here. We'll see what dancers new Crockbury holds. Navigator. We can now set sail to new Crockbury. Charge a course when you're ready. I'll be there soon. Hmm. Iscrube can an upgrade freischalten. For upgrades brauchst du Lebenskraft, die du durch erfolgreiches Abschließen von Missionen bekommst. Also darüber hatten wir schon gesprochen und ich glaube, das ist noch nicht freigeschaltet. Okay, damit kann ich, äh, die Wachen zu mich ziehen. Großes Blinzenfall, eine größere Reichweite und nicht durch die Sichtlinie eingeschränkt ist. Achso, dann kann die den Skill aber nicht unbegrenzt so häufig einsetzen. Also das werden wir übrigens auch nicht in der Beta, äh, machen können. Wenn das Preview Guide richtig ist. Neue Crockbury, ein small trade post in the middle of the Timeless Shores. Was once a haven for ships and traders of all flags has been reshaped by the Inquisition. The inhabitants have either been intimidated into submission or relocated to make room for Ignatius' plans. Cursed items from across the shores are here to be examined by Ignatius' lackeys in the hoax of finding the answers to the captain's riddle. I report, new Crockbury lies on the horizon. As expected, the trade post is now overrun with zealots. Someone here was entrusted with the captain's riddle. We must discover who. Easy, we sneak in by night. Listen in on the nightly chatter. Ah, but we can do more than that. We can listen to the past itself. Do you see them? Memory fragments. Echoes of the past. Touch one. And you get a glimpse into recent events. Ah! We spy on the past to find our target in the present. You are starting to catch on, Navigator. The island is small, so you should have no trouble finding your prey. Stick to the shadows. Search through those many fragments. And should you happen upon another source of soul energy, that would be useful as well. Let's choose our landing, Navigator. Still not much of a choice, eh? I'll hear no complaints. I'm in all fragments. Und, äh, naja, ich denke mal später wird's mehr Landepunkte geben bei Missionen. This memory is ours. So, Navigator. Your brain get in the grips with the Marley's powers? Aye. Though there's still plenty of Strangeness to digest. Just do what feels natural. Don't worry if you forget details or repeat conversations. What matters is that... I have that problem. Wie are you... Wie reagent zum Listen auf mich? Okay? Werde ich gleich erfahren. I like it already. Let's get moving, eh? Well now. Well now. Dreck verkackt. Ach, jetzt bleib konzentriert. Ich will eigentlich gucken, wo der hinschaut. Let's get moving, eh? I like it already. Through the... Oh! Aha! Souls from the ground. Maiden protect. No second thoughts. Looks like new crockbree's growing unnaturally. Somehow I don't think it'll... You must never... ...speak the riddle out loud. Not even when you are alone. Is there any particular reason for this secrecy? None that may concern you, Magistratus. Very well. And what should be done with the original text? Keep it secure. Do not fashion any copies. I shall keep it on my person at all times. No. I was just going to say. Somehow I don't think it'll suit the town. Did you hear? The Magistratus was entrusted with the riddle text. Ah, we have found our target. That's not the gift. Yes? Oh, no problem. What? Are you crazy? Schmeiß den einfach irgendwo runter. What? It's all in the roots. Mm-hmm. What do we have here? I like these odds. Ich glaube, ich würde es zuerst versuchen, den da oben runter zu holen. Hole einen runter. Von ganz oben, vom Leuchtturm. Munter. I'll be there soon. As many as you like. Much obliged, Soleil. I see. Never look back. Eyes. My eyes, Sue. Someone must rekindle this flame. My post shall not be left empty. Need something, matey. No cover? Easy. Now. Is that? Where do I get those seeds? Straight to the point. A memory capture. Ist doch jetzt schon mal voraus, dass man diese Animation wahrscheinlich im Spiel später deaktivieren kann. Sie haben nicht die Erlaubnis, diesen Raum zu betreten. Meine Cam ist noch aus. Ja. Oh, I see. Ha, I have just the thing. I'll trim their numbers. One less to watch. I got. Ha, look. She had a stone slab with letters on it. There's plenty of soul energy in it, too. So, are these Mordecai's words? I can feel it. I've listened. Five of Marley's crew were sent. Relics lost on timeless shores. One of bark and cursed bramble. One of black and ash and oars. One of bone and fingers cold. One of futures yet untold. Bring to lights the captain's gambits behind Marley's secret doors. Ah, to hear the captain's voice again. It's been too long. Well done. Bring the riddle slab with you. I'll extract the soul energy once you're on board. Come in right up. Also, eigentlich habe ich ihn nur just for fun getötet. Oh, this is fascinating. Could you make heads or tails of that riddle? Sounds like gibberish to me. Guess we'll have the Marley figure that one out. On the bright side, this slab is packed tight with soul energy. Any suggestions as to who we should revive next? Oh, you'll do fine, Navigator. You were smart enough to pick me first. Treatment's ready. Opportunity calls. Now we're getting so good. Standing around, catching light. I went there. The ride must be fulfilled by now. That's not how the ride of patrol works. Go back. It'll grow real fast. Much obliged, Sully. Working on it. It sends you a lift. Oh, yes. A nice little straw. Too many weeds here. Woo-hoo. Go fast for a block. Very nice. Oh, I like that. How long are you? Let's see what's happening. Ah. Let's stretch those roots. Walking is good for you. My soul is a razor shower. Well, well. Eve-ho. Little death-bringer. No second thoughts, eh? Hey, Abia. Let's get you somewhere else. Mm-hmm. Souls from the air. What's in it for me? Always move on. Hey. Und Licht aus. One less to one move up. Was krabbeln ich da durch den Wald? Mm-hmm. I do like this so far. At your service. Let's see what's happening. Oh, I can do lots of things. Now we're getting somewhere else. First time from the remedies to the devil. Oh. Strange soul pattern. I'm yours to command. I don't know. 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 Maybe it's, uh, auch die Erinnerung, dass man speichern soll. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. My sword? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Consider it done. Let's get you somewhere else. Straight to the point. Death's not the end, eh? Wenn ich da Ersehen Energie bekomme. Indem ich einfach Tote reinschmeiße. Es ist der Speicherungsintervall. Okay, Zivilisten ist egal, da ich hier die Inquisition abschlachte. Man hat ja eh die Spanische nicht erwartet. Ich muss nach Gran Alcazar departen. Mach doch alle Lichter aus. wenn ich dran denke. Stay safe, Pirate. Stay safe, Pirate. Six grams of death to root. Two drops of moonshine. Oh, this is fascinating. Der Typ hat eine riesige Glocke auf dem Rücken. Ich verschläge, er ist die Jungen, in der Tatjag, in der Tatjag. Ich bin der Tatjag. Need some cover? Where do I get those seeds? Nature spreads unchecked. Let's get moving, eh? Straight to the point! Freeze! Make way for a beer! Ho ho! Come on! Let's get you somewhere else. I like these odds. Heave ho! Ah! It's been a while. I'll be there soon. 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 Let me see your soul. Mmmmm. It's always from the air. From here to there. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon. I can't even have to go. I'll be there soon. My power can help you. Let's capture this moment in time. In case our plan fails. Heavy. Now we're getting somewhere. I do like... Oh, no problem. Opportunity calls. I like these odds. Straight to the point. Quite the collection Ignatia has here. Hey! That's a piece of Dread Vine over there. These come from the nearby islands. Dread Vine's Cove. Angler's Grave. The Small. Coral from Calamity Reef. Slabs from Pine Bay. I'd wager the riddle has Ignatia thoroughly stalked. What ails your soul today? This plan's growing on you. What's in it for me? A blade in the dark. He is not 0.8 minutes overdue. Oh no. I won't. First of all. I know right where to cut. There's no control that back. Consider it done. The iron birds. Need something maybe. Ah. Das ist jetzt nicht so geil wie ich gedacht habe. Mansoura. Calcula. At your service. Blink. Incoming. My soul is crazy. Always look forward. Remedies for the dead. A sword through the heart. Man kann schon sehen. Man hat leider noch zu gute Chancen. Wenn. Wenn. Selbst wenn man alle alarmiert hat. Find a nearby fragment. May tell us more. Coming right up. Wenn ich das nicht dumm anstelle ist. Kannst du alle Wachen ausschalten. Zurzeit. Ach guck mal da hätte ich auch einen umhauen können. Mit der Box. Wenn. Zogen. Ja. Ich kann helfen. Es ist etwas falsch. Ich kann helfen. Es ist interessant. Sie kommen nicht zu gut. Ich würde es auf meine Fäine ausmachen. Der Inquisitor hat dich verschwammelt. Sie проблемstern. Ich kann selber nicht anerror. Mache. Es ist es nach einem Raum. Sehr gut. Gib es mir. Meine Dank. Die Acolytes können Sie über Sie, während Sie meditieren in der Lighthouse. Wenn Sie fühlen Sie irgendwelche Abnormalen, werden Sie dort helfen. Na gut, gut. Also, die Eudex haben die Riedel in der Lighthouse. Aye. Und was noch mal, es scheint, die Wrichtung ist mit soul-energie. Mach für die Lighthouse. Wir können zwei Bärchen mit einem Stein töten. All right. Ich habe dich. Ich bin bereit. Wir waren auch schon am Leuchtturm. Können wir das für später halten? Hier. Ja, ich habe nur das Ding. Incoming! Sonst ist gar keiner mehr. Da muss man ganz kurz was testen. Ah, doch, jetzt will ich eine Aktion. Auch das Hinlaufen. Wobei das mit Q und W, dann kannst du wahrscheinlich auch noch, äh, timen, wann welcher mit seiner Aktion starten soll. There is mild corruption here. I have already requested the right of purification. Good. Reports of your diligence have not been exaggerated. I live to serve the Maiden. Though I do find this task rather peculiar. The Grand Council has sanctioned our pursuits. Your Piety will not be dismantled. That is good to hear, my lady. Will ich nicht wieder da, wo ich gestartet bin? Achso, wir können schon wieder abhauen. Den Ludix haben wir besiegt. Wir sind halt nur genau andersrum gegangen. Das hat einen Dialog, was ich auch so angehört. Dann können wir hier noch einen öffnen. Ein Exit Point. Modifizieren diese Pädagogische Stadt, wie Sie es sehen können. Sie braucht die Rechte nachher. Natürlich, meine Frau. Was ist mit ihnen zu tun? Die U-Dex und Sie werden beide einschränkt, bis wir die richtige Rechte finden. Es wird noch lange dauern. Die U-Dex können Dinge sehen, die Sie nicht können. Verwachen Sie das. Und Sie können Sie bleiben auf dem Weg. Wie Sie sagen, meine Frau Inquisitor. Es war so, dass das wirklich etwas war. Es ist wie, dass ich da bin. Mhm. Sight, sound, sensation. Ein perfekter Peak in das Vergangenheit. Ich mag es bereits. Wie lang ist das? Ja, bewegt euch mal. Wir haben auch nur Mord und Totschlag hinterlassen. Die Zeit ist auf unserer Seite. Ich, das geht mit den Schirern. Alle tot. Es ist mit der Not. Ich will nicht. Ich will nicht. Du, 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 du. Seite. Verschachtest. Und es ist ein Elch. Du, das ist mit der Niemann. Orthektor. Sehr schön, einfach mal Kanonen feuern. Wow! Ich liebe diese Arten. Diese Stone Slough. Das sind die Sprache für uns. Ich konnte es nicht helfen, aber die Stone ist mit der Soul-Energie. Ein Geschenk von der Kapitän. Ich habe es bereits herausgefunden. Ich glaube, dass wir genug haben, um einen anderen Crew-Member zu retten. Ich werde die Entscheidung zu dir, während ich die Geheimnisse der Riedel überrasse. Der hat eine Kanone auf dem Rücken, der war mir schon Feuer aufgefallen. Ich kann eine Kanone abfeuern. Soweit sein Auge sehen kann. Infiltrator. Schleiche sie zum Einsatz hinter die feindlichen Linien. Guten Abend, Sirius. Im Chat. Was bist du? Die Scharfschützin. Ich würde sagen, der Scharfschütze, aber warum nicht? Sie aus dem Krähennest. Die verbrannten Augen immer in den Horizont geheftet. Teresa kann Schiffe auch noch im Sturm erkennen und an einem Tatort kleinste Details sehen. Ihre Schüsse verfehlen nie ihr Ziel. Der Quartiermeister kann getarnt unentdeckt an Wachen vorbei und durch deren Sichtkegel kommen. Das war der Schatztyp. Der Treasure Hunter. Mag es nicht, seine Schätze zu teilen. Okay, er kann seinen goldenen Kopf schmeißen, um natürlich Mitglieder der Inquisition zu beeinflussen, dass sie irgendwo hingehen. Ach du siehst witzig aus. Ach so. Oh. Kann ich nicht. Soleidi, Toya, Pinkus oder Teresa? No second thoughts eh? No second thoughts eh? I'll be there soon. Ah, noch ein Blackpal in meinem Kopf. Ein Feast von Energie für meine Soul. So, you're Toya of the East. Just Toya, if you please. This ocean has been my home for longer than I ever lived in Japan. You're the assassin who challenged the dread captain and became the ship's cook. You seem to know a lot about me, when I don't even know your name. Efea Monecato. I'm the Mali's new navigator, recently hired. Hmm, a promising start. I look forward to seeing you work, Efea Monecato. Welcome back, ship cook. You must get used to your new Pearl quickly. The training deck is ready for you. Understood. A few minutes of practice will be all I need. Ja, das ist eigentlich der, den wir als zweites beleben konnten, auch schon von Anfang an. Good timing, Mali. Quickly. Äh, Toya ist ein vielseitiger und ein digiler Meuchelmörder, der durch seine blitzschnellen Nahkampfangriffe Wachen im Handumdrehen beseitigen kann. Sein Arsenal umfasst den Vogelruf, mit dem er Gegner von deren Position fortlocken kann, so wie der mächtige Schattenschritt. Mit einem Schattenschritt kann Toya sich sofort von jeder Position aus zu seinem Katashiro teleportieren. Was ist das Ding? 2 in 1. Auf meinem Weg. Mit dem Skill-Vogruf kann, ja, kann er Wachen zu seiner aktuellen Position locken, wie zum Beispiel in diesen Fischhaufen. Geht mit der Speed. Der Adler ruft. Oder irgendein anderer Riesengockel. Ich hab eben gehört, das Gefühl, man kann weiter rauszoomen. So, nicht alle Wachen reagieren gleich auf das Ablenkungsmanöver. Der Kommissarius wird nur in Richtung des Geräuschs sich drehen, aber seinen Post nicht verlassen. Locke die Akolyten hinter die Mauer, sodass du sie angreifen kannst. Das ist der Fall. Ah! Ich hab auch die Schatten mit deinem Kopf gehalten. Ich hab die Schattengeist. Verwachen! Das war es schon mit dem Vogelruf. So, zeig mir den Schattenschritt. Unsere Objektiv ist klar. Ah, er kann an eine beliebige Stelle das platzieren. Dorthin kann er sich dann sofort per Schattenschritt teleportieren. Seine Wache in Reichweite von Toyas Katashiro wird sie markiert. Beim Schattenschritt greift Toya automatisch die markierte Wache an. So, der Schattenschritt ist verfügbar, sobald er einen Katashiro platziert hat. Um dir die Sache leichter zu machen, ist der Katashiro hier bereits vor sich... ...vor der sich nähernden Wache platziert. Drücke G, damit Toya sofort auf seinen Katashiro springen kann. Das dauert aber auch recht lange. So, drücke S, um den Katashiro auszuwählen und hinzuschmeißen an die Position. Na, das macht Sinn. Geile Sau. Hm, Toya kann den Katashiro anderen Wachen sogar anheften. Nutze das zu deinem Vorteil und hefte ihn der patrouillierenden Wache an. Ist sie außer Sicht, greife sie mit dem Schattenschritt an. Das Spiel ist noch nicht kaufbar, das ist im Moment eine Beta-Preview. Deshalb steht da oben Pre-Beta-Material. Man muss sich noch ein bisschen gedulden. Zarelon sagt, es wäre der 17. August. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig, wann der Release geplant ist. Danke, Kittenpanz. 17. August ist Release. Also ist dir das Datum schon richtig. Okay, gut, 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 gut. Was ist das? Und weiter. Ich werde bestimmt von oben erledigen. Ich fange den Plan. Wo willst du denn hin? Hm, jetzt warte ich aber eben, bis der einfach hier hinten wieder vorbeikommt. Oh, ich kann nicht warten, ich bin zu aufgeregt. Ich muss Gas geben. Ich kann ihn nicht stehen lassen, ich muss ihn töten. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Es muss noch später sowas geben wie Special-Herausforderung für jeden einzelnen Charakter. Meine Seele für das Schiff, meine Seele für die Crew. Aber mein Herz für meinen Nobs. Ich bin hier für den Kulineren von Land und See. Und herausfinde die perfekte Recipes für die Todes. Das muss ich sagen. Ich werde jetzt zurück in meine Galle, wenn du nicht interessierst. Ich habe viele Skeletons zu beenden. Ich werde das jetzt zurückkommen. Ich werde das jetzt zurückkommen. Navigator, zurück zu mir, wenn du bereit bist. Äh, Skelette brauchen wahrscheinlich kein Essen. Aber ist doch schön, dass er trotzdem Koch ist. Der halt jetzt tot ist. Kann halt mal passieren. Wir haben weitere Schritte gemacht, um die Riddel zu lösen. Hast du etwas interessantes in diesen kryptischen Reinen gefunden? Ich habe es. Ich glaube, ich weiß, dass ich den Grund der drei Bösen über die Riddel-Bloom-Door kenne. Es ist Zeit, dass wir unsere Rechnung über die zeitlosen Shores überwinden. Kommt auf die Map-Tabelle. So, für diese Preview haben wir automatisch einige vordefinite Charaktere wiederbelebt. In der Vollversion hast du die freie Wahl, welche Charaktere du an welchem Punkt in der Geschichte wiederbeleben möchtest. Wir haben zudem für diese Preview zwei zusätzliche Missionen in der Eisenbucht freigeschaltet. In der Vollversion hast du zu sieben Zeitpunkten im Spiel dann eine größere Auswahl an Missionen an verschiedenen Standorten. Direkt nach dem Punkt. Aber es geht immer noch weiter. Ich habe jetzt schon gedacht, oh, jetzt ist es zu Ende. Die Riddel sagt uns, woher zu gehen. Bark und Bramble. Asche und Ohr. Bohnen und Fübers. Diese sind Kluge, die zu drei Islenden. Dreadweins Cove. An Island of wild nature and haunted flora. The Iron Bay. One of the Inquisition's Furnace Islands. The Isle of Penance. A prison of souls, harboring an old associate. Ich glaube, sie all holden Relics. Aber die Fourth Gluge ist immer noch ein mysterium für mich. Wir werden es versuchen, als wir gehen. Wir brauchen auch mehr Soul-Energie und Black Pearls. The Relics will most likely be imbued with energy. As for the Black Pearls. The Twins of Nurek to Muresh still owe us a favor. Dreadweins Cove and the Iron Bay might also have Pearls. I entrust the choice of heading to you, Navigator. Die sind nur an der Eisenbucht, ja noch zwei Missionen. Once a charming and haunted atoll, this island was transformed into a blazing furnace by the Inquisition's divine alchemists. Cursed items from across the timeless shores are gathered here to be scrutinized and catalogued. Humans suspected of heresy are interrogated and sent to the tunnels below to do their penance. Soldiers who were driven mad by curse or fire are in the sanatorium for treatment. Endless mounds of cursed detritus are thrown into the purification pit at the island's heart. The Maidens fire turns it all into blessed iron, ready to be forged into armaments for the Inquisition. Well I think, if I just here will, yeah, a bit of the Preble so not available Eine Insel mit einem Vulkan, perfekt für einen Superschurken. Langsam wird mein Kopf ganz schön warm unter dem Tuch. Die Insel mit einem Schrauch ist ein Schrauch. Wenn ich die Inquisiin, hätte ich die Schrauch in die Pille schon. Sie können nicht. Die Energien resultatend würden alle Geheimen auf der Island schrauchten. Sie werden die Schrauchte entgegen, in die Schrauchte zu sein. Prenzend ein kleines Schrauch und eine Prognostika zu schrauchten. Was sagen Sie, dass ein bisschen Verzweig ein bisschen Verzweig ist? Was hast du in Ordnung? Wir haben ein kleines Bonfire von uns selbst. Diese Krates würde für eine excellenten Kindling machen. Jetzt brauchen wir einfach eine schöne, normale Flamme. Da, wir können eine Torch mit einer dieser Braziers lighten. Burn die Krates und unsere Atenung entfernt von unseren Prizes. Sehr gut. Jetzt ist es nur das Thema, um in die Pid zu kommen. Das sieht schon eher aus nach dem Schwierigkeitsgrad von Nymie Games. Mein Gott. Wenn man erstmal prologtechnisch denkt... Und dann siehst du das, wie das jetzt hier aufgebaut ist, ja... Das ist schon eine ganz andere Hausnummer von der Wachenanzahl. Natürlich. Hehehe, ich mag dich. Einmal wieder. So eine Entscheidung. Das ist das, was wir da haben. Wir holen uns den Moment in Zeit. In case unser Plan nicht mehr verraten. Die Frau auf der readyt. Schwierigkeitschrug. Coming through. Coming right up. Miasma oder Shadow Gambit? Ich bin jetzt nicht so einfach. Miasma ist halt ein reines storybasiertes Spiel von Anfang bis Ende. Das hier hat natürlich auch ne Story, aber Minimi Games haben halt später, sag ich mal, die besten Listen. Das kann man in der Prev-Version jetzt noch nicht so gut sehen, aber ich denke mal, das werden die hier auch so einsetzen. Wer macht die Karte am schnellsten oder schafft die Karte in einer gewissen Zeit und so weiter dann sofort? Was? Was? Ich denke mal vom Knobelfaktor hast du hier mehr mit zu tun. Oh, warum hab ich denn jetzt das Licht angemacht? Nimm die tote Wache. Was? Was? Miasma ist sehr stark. Aber hier gibt es mehr Möglichkeiten. Bei Miasma hab ich immer das Gefühl, du musst ne Sache so erledigen, wie man sie dann gerade erledigt. Also. Und ich glaube, hier hast du mehr Variationen. Allein schon durch das größere Team. Also nicht größeres Team, du hast ja trotzdem nur drei, aber du kannst halt durchwechseln. Ne? We may return here. A refined decision. Well now. Erzähl doch nicht. Wöch ich den von der anderen Seite erwischen müssen? Ich hab den da extra markiert. Ja guck mal, wenn ich so mache, ist das egal. Ist das? Ähm. Wenn du Desperados 3 gespielt hast und das gut fandest, wirst du das hier natürlich auch gut finden. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass das besser von der Hand geht. Aber es ist halt schwierig festzumachen. Und klar, es sind halt einfach die alten Stärken immer noch. Ich hab das Gefühl aber wirklich, dass es besser von der Hand geht als Desperados. Aber es kann total subjektiv sein gerade. Oh, ich muss das aufzuhören. Ich bin hier. Auf meinem Weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ein Ambust in the making. Mein Kraft! Ich bin hier. Ich hab das gehört. Du fiend! Schreie! Stattes zu entführen! Das Reise zu interdecken. Die Recht für die Anfrage! Mein Körper sitzt. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. gelaufen Man beamt sich nicht als Geist, sondern, ähm, es gibt halt Spezialattacken, die relativ schnell sind, sagen wir mal in der Übersicht, so, du bist eigentlich da hinten, du wirst aber nicht den verfolgen, also muss ich die anderen Wachen auch noch da rausziehen. Speichern mal, aber es sollte sein, wenn ich von oben einen töte, sollte der sofort down sein, ohne dass der andere hinten reagieren kann. Oh, I like that. Weg mit mir. So, mal eben rüber. Aufs Handy gewechselt, danke fürs Folgen, Serious Mobile. Man kann aber auf dem Handy auch seinen normalen Desktop-Account benutzen. Ach so. Man kann hier nochmal wechseln mit den Zahlen. Dafür ist das Schloss da, ich hab grad überlegt, warum gibt's denn hier ein Schloss bei der Übersicht. Oh, I see. Dann muss ich sein. Okay. The fight begins. What's in it for me? Well, well. My power. What ail are you solving? Alright, easy fix. Coming right up. From Anglers grave. Written on. What's the worst one? Come here. Hurry on. I do like this so far. Our task is never finished. Too many weeds here. Stealing my glory again, sir ladies. There's still two Wachen. He's still there. He's still there. He's still there. At your command. I'm having a lot of free because I probably still don't need to. I have a little more fun. Am besten gehe ich doch hier durch, gehe hier runter, dann komme ich nach da oben. Und der hat ja gesagt, das wäre optional, die Kisten zu verbrennen. Ach, ich habe einfach immer so diesen Anspruch, alles zu erledigen. Was war das denn? Ich habe da auch mit beiden markiert, aber ich glaube, ich habe mit beiden denselben markiert. Und das war der Fehler jetzt gerade. Ich bin der Fall. Ich folge die Pile. Ich bin der Fall. Die Taste der Death. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich liebe diese Ops. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist in you? Was ist in you? Take way for a fear! My eyes do not waver from the hills. The inquisitor remains. On my way. A useful gift. So, wenn die zurückkommen, kann ich die beiden ausschalten. Never look back. Preparation is key. Why not use my... I should just open the entrance. Thank you for the backup. Or the entrance. Ugh, leaves are itchy. I shall swing the sensor and draw lines with my torch. Oh, I can cleanse us. Slice! And dice. Simple. Doo doo! Pew pew pew! Sehr schön. Arrgh, Seelen für den Busch! A very fine decision. Corruption ever accumulates in blighted things. Time is uncertain here. Let's see what's up. Now we're getting somewhere. Standing around, catching light. Treatment's ready. Let's try a new recipe. Let's try a new recipe. Though it is stated that corruption above a certain level is... It's a new recipe. Let's try a new recipe. Now that's some space-time chicanery. Let's get your... I'm yours to command. Aye. And so I watch over. My galley is the battlefield. Unfit to feed the fire. I gotcha. I gotcha. Watch me go. I'm always prepared. Ah, heavy. Schieb den mal da rein. What ails your soul today? I do like this so far. Da waren's nur noch... Zweieinhalb. Incoming. Upsala. Let me see your soul. Die hab ich grad nicht gesehen an der Ecke. Oh, food for the vines. Du, dass das Ausschalten, äh, von der Fackel nicht so lange dauert. Okay, up we go. What do we have here? My blade is ready. Need something, matey. Alright, easy fix. Du? Na gut, der kann von hier aus da rüber. Yeah, let me add it. I know right, where to cut. I gotcha. Oh, this is fascinating. It'll only hurt a bit. Up, up we go. Let me... I'll be there soon. Oh, no problem. Oh, no problem. Let's see what's happening. I. Ich bin einfach nicht missionsorientiert. I'll be there soon. Let's send them on their way. Working on it. Next patient. Oh, die Tür ist auch offen. Let me remind you. Ja, erinnere mich ruhig daran, äh, dass ich speichern soll. Coming right up. Cannot make sense of it. Man könnte auch da rein. Wir kommen auch von hier da runter und dann kommen wir hier nämlich direkt oben auf den Turm, was er am Anfang erwähnt hatte. Oh, I like that. I'm here. Straight to the point. He-he-he. My buddy. Scheiße. Oh, I'll have to note that down. You are just, maiden. I prepared... Was ich grad noch gespeichert? Natürlich nicht. He-he-he-he. Oh. Let me add them. Strange. Und ich habe gerade noch gesagt, nervt mich jetzt nicht mit der Erinnerung, dass ich speichern soll. Egal, ich weiß, dass ich hier ganz schnell durchgehen kann. Und zurück und speichern. Ich bin auch mit dem Schlüssel hier durch, aber ich weiß nicht, ob das mir irgendeinen Vorteil bringt. Ich glaube nämlich nicht. Oh, das gibt es doch nicht. Irgendwann habe ich kurz davor gespeichert. A refined decision. Let's cover this up. Ha, I have just much obliged, Sully. Even the weeds conspire against us. Balanced to perfection. That's cool. A leaf of the trap is set. Never look back. Straight to the point. Oh, I get rid of lots of things. Let's see what's out there. Tomo-niku-do. I will be back. A familiar too. Alright, no. Who was that? It's the enemy. Who will kill you. Best not forget. Yes. In a moment. My soul is a razor sharp. Now we're getting somewhere. I'd stay clear of them if I were you. Anyone hungry? Working on it. Now, even the weeds conspire against us. The curse of the head! I prepare your bell. A blade in the dark. The iron burns. Curse you. Florms. Oh, I like that. Oh, I like that. Die dämliche Animation das Problem bleibt. Egal, wir müssen hier niemanden töten. Wir müssen hier einfach nur runter. Ah, I can feel my leaves, Sinj. Your souls are holding strong. You are not in a beast. Oh, I wonder how the imposition can stay down here. Thrills of fire, the lot of them. Most of them probably relish its maddening touch. Da sind wir hier schon mal hier unten. Now we're getting somewhere. It's the lady at the ready. Swift shrub coming to us. My soul is a razor sharp. Oh, no problem. What do I see? Slice and dice. I'll be there soon. What is that? Anyone hungry? Mmm. Souls from the air. Coming right up. I like these odds. The Inquisitor. I wonder when she'll finally promote me. Let's hope not. Haha, souls from the ground. Hallo, wir haben doch die Pause gerade an. Oh. Guten Abend, Glaro. Grüß dich. Danke für den Raid. Oh, geh ich erst hier hoch. Also jetzt bin ich komplett raus. You are not in immediate danger. Ugh. I wonder how the Inquisition can stay down here. Thrills of fire, the lot of them. Most of them probably relish its maddening touch. Läuft super. Läuft super. Was soll ich erzählen? Muss halt ein bisschen Mimimi Games. Action erleben. Ja, komm, das reicht noch. Da war ich früh genug jetzt. Hm. Souls from the air. So, und der steht da eigentlich auch gerade alleine. Da kommt kein weiterer Wachmann. Gut, schönen guten Abend, T-Con. Schönen guten Abend, F-Dax. Grüß dich. Äh. Du wirst von dem gegenüber gesehen, oder? Ja. Und du wirst von den Wachen da hinten gesehen, aber die drehen auch ab. So, einmal speichern. Du hast schon überzogen, Glaro. Hallo, ist es noch gar nicht... Okay, es ist halb eins. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, aber vielen Dank nochmal für den Raid. Ich hoffe, du hattest heute einen schönen Spielerabend bei dir. Und vielleicht kam ich irgendwann mal dazu, auch dich zu raiden. Ah, nee, es ist zu laut. Du sollst die Leiche mitnehmen. So, und ja, ich kann den Stein auf die Beinen fallen lassen, aber ich glaube, dafür muss ich auch erstmal in der Umgebung die wegnehmen. Obwohl, vielleicht ist es... Bei Desperazzo und so haben die auch nur gesagt, öö, was für ein schrecklicher Unfall. Wir gehen wieder irgendwo hin. So alles latten. Subnautica ist auch ein geiles Spiel. Wir werden es erleben. Weil auf der Baustelle ist hier wieder keiner ein Helm am Tragen. Da kann ich nicht rein. Weißt du, was das ist? Das ist jetzt so ein Wachposten bestimmt. Wo Wachen rauskommen, wenn Alarm geschlagen wird. Das ist doch so. Das soll das, was das tun. Das ist doch so. Du hast fire. Jetzt, die Kräte. Glückwunnen, das ist nicht Meerdensfeier. Es ist sicher ein konvoluter Dogma, das diktiert, welche Lampen sind mit normaler Flamme. Ich erinnere mich, hier in der Pfanne, mehr mehr der weißen Flamme, würde die meisten Acolyten zur Insanität bringen. Es muss schön arbeiten für die Inquisition. Auf Ihren Kommand. Ja, um von da erstmal zu der Firmen zu kommen, ist ja auch noch eine ganze Ecke. Beziehungsweise zu den Kisten, die ich anzünden soll, zur Ablenkung. Gute Nacht, Freaking. O, ich mag das! Soll, den kann ich nicht ausmachen. Soll, den kann ich nicht ausmachen. ...at your service. No second thoughts, eh? Stopp! You shall not escape me! Ja, immer hab ich grad gespeichert. Oh, I like this game. Jetzt ist das wie so ein Mimimi-Game, was ich kenne. Die ersten Missionen, die waren echt nur zum Warmwerden. Jetzt einfach jede Bewegung wieder ein... Scheiße. Let's get moving, eh? I'm always prepared. Consider it done. Das musst du in der Zeit schaffen können, da durchzulaufen. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Danke, Lick, für deine... ...für deine 1000 Bits. Danke, dass du meine Kritik dir zu Herzen genommen hast. Ja? Ich bin grad nicht sicher, welche Kritik du meinst, aber... ...äh, okay. Danke. Blink kannst du nur mit nem Gegner einsetzen. Also du kannst nicht mit blinken und dann einfach zu ner anderen Ecke hüpfen, oder? Ach so, die mit dem Mikro. Ach du bist das. Ja, alles gut. Ich glaub, jetzt dürfte eigentlich nicht mehr der Fehler drin sein. Da es ab und zu mal geknackt hat. Aber ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Man kann wirklich auch so blinken. Ach krass, man kann auch so blinken. Dankeschön, Kittenpanz. Ich dachte, man muss nen Gegner haben für den Blink. ...zuck... ...zuck... Nur nach oben brauchst du den Gegner. Genau, da hab ich das hier auch ausprobiert. Alles gut, Zivilisten. Ihr könnt eure Sehnen an mich verkaufen. Ich wollte nur mal drei auf einmal töten. Das ging schnell. Ich kann den ja weglaufen lassen. Das ist der einzige, der den hier im Auge hat, ab und zu. Und wie ist das mit dem hier unten? Danke für die Backup. Needs etwas, Mädchen. Walking ist gut für dich. Let's try a new recipe. Let's try to even the score. Up, up we go. Let me return to my post. So. Durch den Link wird der andere, äh, wenn der, also wenn der eine stirbt, wird der andere informiert darüber. Wir haben irgendwie so eine geistige Verbindung. Aber jetzt könnte ich die Fackel holen, oder? Ach, Leaves are itchy. Wobei, ich sollte vielleicht den ein oder anderen, obwohl das sind auch zwei, gegenüberstehende. Komm du mal hoch. Hm. Aha. Sounds from the ground. A refined decision. Yes. It must be sealed. The right is being prepared, as we speak. Let's get moving, eh? It will be done. I'm approaching the objective. The pearl is tightly guarded. You should consider setting these crates ablaze. My shit is commercial. Well, well. Hey, why not use my power? I will still be the heavy customer. Aber ist schon geil. Also, weil du auch da lenken musst, du musst ja irgendwie schaffen, dass alle Missionen irgendwie mit allen Charakteren in irgendeiner Form möglich sein müssen, die auf dem Schiff sind. Oder, auf dem Schiff funktion zu levieren? Ja, war donc. Kommen die jetzt hier hin? Null. So, da ist ein relativ toter Winkel. Nein, den anderen. Danke. Aber ich glaube, hier spielt man sich auch relativ schnell in seinem Team ein und dann will man nur auch mit dem Team unterwegs sein. So bin ich leider eingestellt. Alles cool, alles cool. Kein Stress. Oh, Grafikfehler. Weg, weg. Oh, oh. Ready to serve. Schreib wohl Gefährtenquests und Storyquests, welche bei einem bestimmten Chart... Also es gibt ein paar Story... Also es gibt ein paar Quests, wo du einen bestimmten Gefährten dabei haben musst. Ah, der eine stand noch. Ne Kacke. Von daher dachte ich, dass der eine den von der Ecke da runter holt. Während ich da stand. Während ich da stand. Wo soll das jetzt funktionieren? Oh! 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 Oh. Oh! Go! Oh! Die Zivilisten sind alle für mich. Warum verbrennen wir es nicht einfach? So wie Schneewittchen damals. Will von dem der gegenüber gesehen. Da hinter die Schmieden lang gehen, das sieht nicht so aus. Und der guckt auch da hoch, da ist aber alles ungünstig. Kannst du dich nicht einbuschen und killen, bitte was? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Immer. Das ist genau das wichtige Spiel, wo der Shad die ganze Zeit mitdenkt. Es sind immer noch die Schmieden. Zitzen Sie Ihre Aufgabe. Dann sehen Sie einen Konfessor. Item 896-22A. Das erste von zwei Heretischen Bibliotheken. Was ist nicht richtig. Kannst du es nicht? Ich würde mich auf die Aufgabe konzentrieren. Alles gut. Wir machen das. Wir versuchen eine neue Rezepte. Bei deinem Service. Bereit zu servieren. Gehen wie Wasser? Ich weiß nicht, was für eine Wirkung das auf den hat, wenn ich das jetzt so mache. Aber der guckt dann in eine andere Richtung. Aber nur ganz kurz. und das ist so cool. Es wird sich nicht mehr geben. Eigentlich Consumer Reports. Ich bin mir ganz klar. Ich bin sicher. Es war nicht so cool. Es war nicht so cool. Ich bin sicher. Ich bin jetzt nicht so cool. Und ich bin mir einen neuen Fett zu finden. Ich bin eine normale Einflug psychiatriere. Ach, die Läden sind schützend. Das ist cool. Gute. Bleiben Sie sicher, Pirate. Kein Mal zurück. Schraubung? Gute Taktik, Seladie. Mh. Können die einfach noch weiter wegziehen. Wobei das finde ich ja schon fast... Richtig dämlich. So ein bisschen wie, äh... Ja, nicht wie cheaten, aber... Eine Fähigkeit 2 benutzen kostet einfach Zeit. In der Releaseversion werden sie den Abstand der Zeit für die Flöte erhöhen. Sonst kann es der Gegner über die ganze Karte locken. Ja. 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 Shit, der da unten. Ich versuche jetzt das Beste noch auszumachen. Ich versuche das Beste noch auszumachen. Ich versuche das Beste noch auszumachen. Was ist denn, der wird sogar mit 3 wiederbelebt? Okay, also Standardschwierigkeit gerade wirklich entspannt. Sogar, ne Moment, mit 4 werden die sogar wiederbelebt. Muss nur einer überleben. Hmm. Wo war denn der zweite? Ach da, war Fackel. Ich weiß gar nicht, wie die reagieren, wenn die Ablenkung gestartet wird. So, was passiert jetzt? Wir warten in Prämeditation. Alle Dinge müssen... Was ist dein Seel heute? Mmmh, Seel aus dem Luft. Schmerz mit der Flanke. Schwester, durch. Ich bin dein. Komm. Jetzt hat er die Fackel fallen lassen, weil ich durch den Busch gelaufen bin. Also, bitte. Hä? Wo ist der Tarst jetzt einfacher geworden? Die Flanke? Ich habe nicht gesehen. Keine zweiten Gedanken. Oh? Vielleicht sind die Erkrankungen nicht in der großen Design. Kein Torch kann ohne die Flanke sein. Ich habe bessere Dinge zu tun. Okay, zwei Leute sind jetzt weggegangen. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Opportunität. Your task demands it. Hey, consider it done. Was it one of the workers? Ich sehe ihre Fates. Ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt. Wir können sie haben. Ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt. Tue Worte amut. Ich komm! Ich habe sie gesagt. Sie sind in Worte, aber sie müssen siegankaden. Sie sind in Worte. Ich will nur das nicht. Sie sind in Worte. Ein Fates für mein Herz schlum. Das ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Der Feuer bürzt. Aber das Feuer illuminiert alles. Ich hab dich nicht geblieben. Ich mag dich. Du liebst den Seinens. Nun schau nach. Und warum steht der da noch und lebt? Achso, weil er den anderen wiederbelebt hat. Genauso sollte man es übrigens nicht machen. Ja, weil ich Schadenglut bekommen habe, sehr viel. Und entdeckt wurde und und und. Und genau das sollst du ja eigentlich nicht haben. So, von da waren wir ja gekommen. Das Ausrufezeichen bleibt. Sie hat was Wichtiges zu sagen. Zurück, zurück, zurück. Mach mir einen frischen Busch. Wo? Where do I get those scenes? Just a bush. We'll burn it later. Ha, I have just the thing. Wenn ich den schon sagen höre, dass er ihn später verbrennen wird, gibt es bestimmt später Inquisitoren, die die Busche verbrennen. Oh, I like that. Die Wiederholungsanteile sind komplett beschädigt, können nicht angezeigt werden. Macht nichts. Wir haben auch super lange gebraucht dafür. Und da, was ich mir nur noch die Bauer an der Bauer für das, was ich schimpendste. Oh, ich schimpelte. Oh, das ist sie, was ich probier. Oh, ich schimpelte. Oh, ich schimpelte. Hey, da ist ein netter Typ aus Szene 2. Vergilio. Very well. What brings me the pleasure, Vergilio? A simple courtesy call, lest you assume I've lost interest. You don't mind? Oh, not at all. Though I can't speak for the Molly. Oh, don't worry. I have my ways of sleeping under her notice. Now, don't let me keep you. The road ahead is long. And I have a lot riding on you after all. A presto, signora. Hey, Molly. Notice anything unusual just now? You mean aside from you staring blankly into the void? No. I too, however, have a question for you. Come by when you are able. I like it out of you. Another successful venture. Your expertise does come in handy, Navigator. So, tell me, what draws a Fear Manicato to my captain's legacy? Does a pirate need a reason to chase after treasure? If the chase means facing an inquisitor of the maiden, then yes. A fair point. I do want to carve something from your captain's hoard. Which would be? A reputation. Whoever finds Mordecai's treasure has made their first step to becoming a legend. So, you'd use my captain's death to grow your own fame? Don't misunderstand. I don't want some easy shortcut to glory. If I'm going to be remembered, it'll be for something worth doing. And finding your captain's legendary treasure and spitting in Ignatius' face, well, that seems like a worthwhile cause to me, eh? Hmm. You surprised me, Navigator. You surprised me, Navigator. Asche und Erz. Mein Relikt verbirgt sich in der wahnwitzigen Maschinerie der Eisenbucht, trotz dem Dogma der Inquisition, um es zu bergen. Also, kann man mal sehen, wie sich das verändert, dadurch, dass ich zwei Bereiche freigeschaltet habe. Oder ob das überhaupt nichts verändert. Also, die Exit Points. We arrive at the Iron Bay. What better place to hide the relic of ash and blackened ore? Aye. But is it still hidden, I wonder? Or have Ignatius' lackeys already sniffed it out? It would not surprise me in this place. Well then, shall we look at the inventory before we waste time searching ourselves? Aye. Look here. The Inquisition keeps meticulous records of all soul-stained items. Let us inspect their iron ledges and see if they have done our work for us. Now, choose our lander, Navigator. 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 Ah. Ne. Let's take it? Okay. den zugriff einfach direkt auch da wo wir hinmüssen wobei ich gerade überlege eine person von mir kann gar nicht schwimmen wie kommt die denn da weg dann gleich bringen wir einfach schwimmen bei ok du kannst hier rein so what possessed mordechai to hide one of his relics on an inquisition island decades ago design was known as black rock bay when this was still high the captain always had a fondness for this place many times we came here to delve into the pointed caves below now the maiden spire fills the cage with its soul consuming energies well where let's hope the inquisition spare does the trouble of searching send them on their way oh he's gone a fear it's the lady at the ready ugh these are itching opportunity calls i gotcha let's move into the space das waren ja schon die ersten beiden can we keep that one for later da kann man unfälle auslösen death is not defeat straight to the point there's no distance erzähl nicht ey die wird doch nicht ach der hat gerade da oben gedreht wahrscheinlich ach da kommt gerade eine raus die 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 Hm? No second thoughts, eh? Is that...? I'll be there soon. Well, well. Ist alles irgendwie scheiße. Ja, von da hinten reingehen. Oh, fuck das ab. Wenn man eine halbe Ewigkeit in einer Position steht und dann kommt der Typ raus und macht da ihn alle. Das ist Krise. Ich denke mal nicht, dass der... Direkt zu mir in die Ecke guckt. Das ist krise. 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 Nein, ist es nicht. Geh weg. So, einer muss hier oben aber schon bereit stehen. Wenn wir nicht da unten den irgendwie erledigen, müssen wir den hier oben ja auch ausschalten. Ach, da steht auch noch eine Wache. Der wird natürlich von dem gegenüber gesehen. Hm. Du bist mal lieber die Person, die hier oben ist. So eine Treppe zum Runterlassen, falls jemand dabei ist, der nicht klettern kann. So, der von hier oben sollte ja ein Tick schneller sein. Ich weiß nicht, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Oh, ich sehe. Ich weiß nicht, warum ich da oben bin. Ich weiß nicht, warum ich da oben bin. Ich weiß nicht, warum ich da oben bin. Ich habe Dreck, nachdem ich Gegner getötet habe. Und Scheiße, warum ist das denn so lange her? Sogar die Wachen unten sind noch, das kann doch nicht sein. Ich habe da dazwischen gespeichert. Okay, ich spiele schon sehr lange. Kann natürlich sein, dass ich mich vertue. Ich bin nicht mehr und ich habe, wenn es nicht mehr so ist, was ich können. Ich bin nicht mehr. Begratet uns um, wenn ich das nicht schreie, das ist. Ich bin nicht mehr. Das wird es nicht mehr. Wir haben uns durch die Rechnung. Wir haben uns über die Wache, in den Moment. Wir kommen noch nicht. Wir kommen mit dem Sch 인물. Wir kommen uns. Wir kommen jetzt. He may return later. Aye. Into light. Such is the path to this land designed. Do not get cut. A feast for my blade. Hey! Follow the noise. Who dares to disturb me? I hate that noise. Good taste. What is that? String me, my brothers and sisters. And that's the Patrouille, which I had previously killed and then forgot to save. I follow the plan. I will never look back. Do not get cut. These will have you too. A refined decision. Is that strange? My eyes are dead silence. The heart is pierced. So, wieder ein Schritt weiter. Good timing, Marnie. You'll have our place in the design. Come on. Faster. We sift through the flood. We categorize the magic. That is our purpose. I like. Precision. One of these blades is better not touched. Simple. Ah, yeah. Sehr viele Wachen. Und so weiter und so fort. Ah, yeah. Sehr viele Wachen. Und so weiter und so fort. Treatment's ready. All tactics today. Your recipes are getting still. Ha. So normal. Balanced. To perfection. I sense no corruption. Carry on. Working on it. Bitter, 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 bitter. What is that? Urge the undead. Huh. Ah. Let's see what's out. Lio kai. Kai zaku kaki. Next one's mine. Why are you watching? So, da muss die Glocke wenigstens schon mal weg. Carry on. The Inquisites out. Measure our enemy. Understand the affliction. So we may bring an end to the curse. Treatment's ready. Oh. Na, komm, rein da. Those swords change places. Do not get confused. If you hear the metal sing, you must pour it. I'll drink. Okay. There's a certain time, where there are two of them in the gang. Then you can do it with one of the cannon. One day I'll find out how you do it. They only follow their given task. Come right up. We all know what you have his own. And so it happened. Enough. Aber alle wissen, es war nur ein Kanonenkugelunfall. So, noch einen Schritt weiter. Hm, do I see, accident. So sehe ich das auch. Oh. Now, cooking is going well. So what do we have? Looks like a chunk of black ore. I sense something familiar inside it. This is a piece of the relic. So they process this just like the rest of the barballs. Perhaps Ignatia ordered it to be inspected to scry the captain's plans from its innards. Or maybe not even the words of the mighty Ignatia can penetrate the mindless routine here. The Marley's special skill. Trouble's brewing. Can't you feel it? Perhaps you need rest. The dish takes shape. Guarantees, please. All in one motion. Sufficiently skewed. A heavy customer. Nächster. The fight begins. Hm. Tell me later. That's cool. I heard that, Fiend. Okay. Ich räume gerade noch ein bisschen auf. Hoffentlich jeder Gegner relevant hier ist. Oh, look at you and your big fancy sword. We shift through the flood. We catch it right. The events may recieve. Raise with your legs. So, dann kann ich ihn gleich töten, indem ich von da runter hüpfe. Danke für deinen Schlüssel. Du musst carry on. Your measurements will be off. Do them again. Hm, very tradition. I am the play. Maintain your seals. Mach es dir mal da runter. Aus den Augen, aus dem Sinn. Raise with your legs. A good starter. Faster. You're wasting time with her. Ne. Können nicht weit genug springen, um den zu erreichen. Aber wir müssen auf jeden Fall, ich glaub den Inquisitor oder was das hier ist, Prognostiker, den muss man mit dem Ding hier kaputt machen, weil sonst hält er ja den fest, der ihn angreift. Und jetzt sagen wir mal, warum der in dem Moment da um die Ecke guckt, ne? Demarkiert gehabt, da ist das nie passiert. Ah doch, der guckt ja wirklich zur Ecke. Ich bin einfach zu ungeduldig, ist schon zu spät. Das Beste am Spiel ist wirklich, dass die genau wissen, wann es ein Unfall war. Das Beste am Spiel ist wirklich, dass die genau wissen, wann es ein Unfall war. Ich kann nicht einfach mal Glück haben vom Timing her. Du hattest das, Mani. Six Gramm of Deathblend. Ich liebte dich, Manni. Ich liebe dich. Ah, wir prüfen diese Rücken. Inkommen. Die Mission würde ich auf jeden Fall noch schaffen heute, dann ist mich die Beta-Build durch. Wir sind alle Cutthroats hier, um, das muss man sein. Ich sehe keine Korruption, carry on. Es ist schwer. Bringen Sie! Bring all Korruption zur Licht! Such ist der Weg zum Grand Desire. Perfekt. So, jetzt geht der gerade darüber. Wobei der guckt zu dem rüber, das ist natürlich kacke. Der wird aber von niemanden angesehen. Jetzt wird er angesehen. Wo ist der? Da. Ich habe es doch vorhin genau so gemacht. Was? Was? Das ist eine Erinnerung. Frau an der bereitste Zeit. Wir fangen das an. Erst die Brille, dann... Oh, das ist spannend. Das ist spannend. Ich habe zumindest ein Spices, das ich Ihnen für Sie zu machen. Was haben wir hier? Ich sehe keine Korruption. Was ist... Immer nach da oben. Mal sehen, wenn ich den Inquisitor... Ich nenne ihn mir den Inquisitor, weil ich das Ding auf dem Kopf fallen lasse, sollte alles cool sein. Dann sagen alle, oh, das ist aber ein gefährlicher Unfall gewesen. Böse Exzident. Oh, das ist gut. Aye. Sehr sensibel, Marvin. My right of patrol, what do we have here? The fight begins. My soul is a razor shot. It's all in the roots. Slice, push out a dice. Who? My blade is ready. In a moment. Let's get moving, eh? We wanna hide, yeah? Now, where do I get those seats? Swift Shrub, coming through. Ja, ein schöner Busch, ich weiß. Let me just take notes on that one. A feast for my blade. Well enough. Need something, maybe? Cut through the shadow. So, dann bleibt noch die eine Kiste ganz links. Wait, there's nothing in here. Curious. I spy an additional branding on the crate. Does that mean, Navigator? The relic piece has been miscategorized. It's about to be thrown into the pit. Blasted Inquisition bureaucracy. Where do we find it? The magistratus at the end of the bridge. The pieces in one of the crates next to him. Ah, the chaos of battle meets the calm of our determination. Oh, Kiste ist fehletikettiert. Och, ihr wollt mich doch verarschen. I'll be there soon. Huh. Too many interruptions today. And yet, you must carry on. Six grams of death root. I'm yours to come on. Alright, easy fix. Oh, this is fascinating. Death is not defeat. A refined decision. Huh. Too many interruptions today. And yet, you must carry on. Opportunity calls. Watch me go. Let's see what's out there. Ah. Ah. Let's stretch those roots. Now we're getting somewhere. Time is on our side. Oh. 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 Ich hab' ja gar nicht geguckt. Oh, dass der weggeht. Nicht in mich reinläuft. Da krümmel dich. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Oh, ich sehe. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Haltes Taktik, Srede. Was haben wir hier? Die Möglichkeit kommt. Gut. Gut. Hier wird nämlich auch grad von ihm an gesehen. Der wird höchstens von dem gesehen, also können wir mit einem angenehmen Sprung von der Bibliothek runter. Da. Den schnell ausschalten. Und du machst dir deinen kleinen Teleporter-Trick. Ah, scheiße. Ach, der oben noch. Der auf dem Turm sitzt. Super. Natürlich ist das jetzt... Ich hab' ja wie immer nicht dazwischen gespeichert. Weil ich einfach ne Kartoffel bin bei sowas. Oh, jetzt laufe ich sogar in die Reichweite von dem rein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, der dämlichen Turmkartoffel. Und zurück. Komm zurück. Entschuldigung. Jetzt kommen wir irgendwo hin. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Das Busch-Grant hat beide einen Vorteil, Srede. Ich werde das nutzen. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend. Spannend um. Spannend um. Spannend um. Spannend zu halten. Wesере? Der kennt ja Four salaries. Dann benutzen wir einfach einen der Schlüssel. Alter, warum ist der denn jetzt wieder aus der Tür rausgegangen? Ich hab nirgendwo hingeklickt. Und ich hab bestimmt irgendwo hingeklickt. Egal. Ich fand es aber ganz schön, dass man einfach um die Ecke gelaufen ist, beziehungsweise wieder nur im Kreis gelaufen mit denen. Achso, die haben die Spuren verfolgt, deshalb. Also sie hinterlässt ja Spuren im Sand. Das ist die Ecke. Das ist der Weg. Das ist die Ecke. Und ich glaube, dass es die Ecke ist. Wie ist das, was die Ecke ist? Das ist die Ecke. Das ist die Ecke. Das ist die Ecke. Wenn jetzt durch die Tür reinkommen und da Terror machen, dann hackt's aber ey. Ach, da ist Munition drin. Ich muss mich gleich mal ein paar Zentimeter bewegen. Ich sitz schon zu lange starr auf dem Stuhl. Bei Just Dance hab ich gehört. Mit dem Piratentanz. Witzigerweise besitze ich wirklich Just Dance auf dem, auf der Switch. Das sollte den Trick machen. Gut gemacht. Das zweite Relikspieße ist uns. Ich verabschiede, ich bin stolz, dass du die richtigen Kräte aus dem Inquisition-Gibberisch machst. Es kostet, jemanden mit ihrem Dogma in deiner Crew zu haben. Ah, du meinst Theresa. Ich, unser Scharpshooter, ist ein excellenter Lehrer. Gut, in die Richtung haben wir übrigens schon ein bisschen aufgeräumt gehabt. Wobei, das stelle ich mir gerade ein bisschen schwierig vor. Ja, ich werde mich auf. Was das reminds, ich habe eine Least-Toff-Spices, ich brauche dich zu entwickeln. Ich werde sehen, was da ist. Ich liebe es schon. Ich liebe es bereits. 6 Gramm of Death Brut, 2 Drops of Moonshine Watch me go It's all wrong What do we have here? Straight to the moment Your speed could almost rival my own At your command Hmm, ha, souls from the ground They grow from the souls Incoming So much obliged, Sully Hat sie dieser Busch bewegt? Natürlich nicht Was für ein Unsinn I'm here In accordance with the Maiden's Holy Scripture We deliver this At your service Gibt es nicht irgendein Spezialmuch, womit ich nicht da runterkicken kann? Hm? 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 Thank you That'll spare us his incessant praise Hm? Ah! 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 Sehr schön Opfer für den Flammengott! We have all three relic pieces He let himself get captured to spy on the Inquisition This little souvenir This little souvenir is the relic I can almost taste the energy within Free up a tear and return to me Must Kann ich einfach das Boot nehmen? Ne, ich muss hier ähm Consider it done Ich muss mich hier durch Ballern und muss ein Riss öffnen Hey! Try this Oh, this is fascinating Now Where do I get rid? Stay still and perish I'm hit Let's get moving, eh? Face the Maiden's Wrath Move like water The Cursed are here Opportunity calls I like these cuts Treatments ready Ich hab ja oh-oh Munition gefunden gehabt, also warum nicht This plan is growing on me Interesting choice, Marty Anyone Oh, man. Oh, I see. Oh. What with shrubs? And there should not be for three little cuts. Find the question. Find the question. Find the question. Find the question. What's in it for me? Ouch. I'll have to grow that back. I'm honing in. Quickly. What is that? What do we have here? I do like this so far. I'll play a little action mode. Opportunity cause. Mmm. It's almost from the air. Now we're getting somewhere. Oh, I can grow lots of things. It's all in the roots. Let the leaves cover all. Much obliged, so we... We will burn a little night, sir. No second thought, sir. Oh, I'll have to note that down. We have made progress. Yamali's special skill. At your service. Uh huh. So, it's going. Good morning, Frank. Oder soll ich auch einfach einen falschen Namen nehmen? Wollen wir in die Sonne Mission kurz? 30 Minuten Playtime. Ich tendiere dazu, mit dem Skelett das meiste zu töten. So, insgesamt sind es ja 43 Minuten mit safen und nachladen. Aber damit ist die Preview zu Ende. Was waren die beiden Missionen, die noch auf der Eiseninsel verfügbar waren? Und jetzt muss man leider warten, bis das Spiel released wird eines Tages. Beziehungsweise am 17. August hat der Shad gesagt und das ist ja das geplante Release-Datum. Können wir auch mal mit unserem Schiff reden. Wir haben das Relic von Ash und Aure. Du klingtest nicht zu glücklich in dieser Erinnerung. Kein Schiff würde sich separiert werden von seinen Kapitän. Ich habe mich selbst nicht benutzt, meine Macht. Und du hast es richtig gemacht. Mordecai's Trust war nicht verwendet. Das stimmt, Navigator. Jetzt, entschuldige mich. Ich muss die Energie aus unserer Priz. Ich habe die Energie aus der Nähe von Ignatius. Kommt mir an. Ich habe die Energie aus der Nähe von Ignatius. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Wenn sie uns auf der Nähe von Neuen verraten, uns zu verraten, können wir wissen. Entstanden. Ich werde unsere Kursen. Eine weitere Sache, Navigator. Ich würde mich mit mir in dieser Mission stehen. Das ist ein kleinerer, aber ich würde mich mit meiner Hände zu verraten. Oh, du kannst nicht verraten. Ich würde dich um die Crew aus dem Weg. So, vielen Dank, dass du die Presse-Version gespielt hast. Die Presse-Preview-Version. Die Public-Demo erscheint pünktlich zum Steam-Next-Fest. June 2023 Edition vom 19. bis 26. Juni. Noch mehr Informationen, das offizielle Presse-Kit und so weiter findest du unter shadowgambit.com. Wir sehen uns auf hoher See. Wobei, ich hab jetzt schon ein Hirn-Aneurysma gefühlt. Kommt durchgrübeln. Ich muss mich da immer einspielen. Also hier immer blind dran zu gehen, ist einfach ein Fehler. Tja, mehr gibt es nicht. Wenn ihr das gesehen habt auf YouTube, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken und zu kommentieren. Und wir sehen uns dann in einem anderen Angespielt wieder. Weil ich werde das einfach als 4-Stunden-Video auf YouTube hochladen. Das ist noch in Ordnung. Alles über 12 Stunden macht nur auf YouTube Probleme. Ich kann mal keiner auf den Ausguck glättern. Aber leider ist hier oben nichts interessantes. Ja. Also. Ich bin汝